Es ging wieder ziemlich viel ab, ziemlich viel Gelaber, ziemlich viele Infos auf einmal, durch die man jetzt erstmal so ordnen muss und man muss hier erstmal rausfinden, wie er jetzt am besten vorgeht in dieses Pallet Pinnacle zu kommen, um mit diesem Pisabnet da zu sprechen. Und ja, leider ist Asmodea beim letzten Mal verstorben, mal wieder jemand weniger. Vielleicht habt ihr ja Glück und findet einen neuen Verbündeten, wer weiß. Aber genau, ihr seid immer noch am Nachforschungen betreiben und am Informationen sammeln und seid immer noch in der Stadt Elith unterwegs. Und hier fangen wir dann an. Was macht Woody? Stimmt. Geschirr putzen. Was macht Woody? Ja, du läufst mit ihm durch die Straßen. Mit deinem Meister, Woody. Und ihr macht Halt vor einem kleinen Laden mit Puppen. Nein. Und gerade als ihr da so reinguckt, merkst du plötzlich, Woody bewegt sich nicht mehr. Er ist genauso steif wie diese Puppen im Schaufenster. Ich kenne es ja eigentlich schon. Obwohl ich noch gar nicht lange dabei bin. Eigentlich schon, ja. Ich stecke ihn mal wieder in meine Rüstung. Alles klar. Und lasse ich Erde darum erscheinen, dass er gut geschützt ist. Sehr gut. Dann kaufe ich ihm eine Puppe, die aussieht wie so ein, wie eine weibliche Puppe. Ein weibliches, ein Mädchen, irgendein Mädchen, was zu Woody passen würde. So eine, so eine Schäferin. Ja. Perfekt. Perfekt. Nun denn, ja, wollt ihr für heute Pause machen? Wollen irgendwelche Leute noch weiter in der Stadt rumgehen und mit irgendwelchen Informantinnen quatschen, die man vielleicht findet? Wie kommt Alaham überhaupt her? Ist der hingelaufen? Ich habe eine Postkriege bekommen, dass meine Kameraden Hinweise in Ilid gefunden haben. Als ich den Brief lese, renne ich sofort los. Vergessen, dass wir eine Kutsche haben. Du rennst los. Ich laufe nach Ilid. Gut, ich schätze, Alaham ist noch nicht da. Alles klar. Ja, du hast natürlich Informationen bekommen, dass sie im guten alten Queensloft übernachten. Wo ihr damals... Nee, Quatsch. War Alaham da schon da? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich in den Queensloft. Waren da, okay. Dann weißt du ja schon, wo sich dieses Etablissement befindet. Das hoch angesehene Hotel inmitten von Ilid. Und du weißt natürlich theoretisch schon genau, wo du hin musst, wenn du sie wieder treffen willst. Aber dann sagen wir mal, du bist noch unterwegs. Du bist am Reisen. Was macht der Rest? Wer ist der Anfänger der Gruppe? Ich glaube, ich habe nicht zugehört. Was? Rudi natürlich. Alaham ist nicht in Ilid, ne? Nee, er ist unterwegs. Er ist unterwegs. Wer läuft? Gibst du eine Message, Junge? Gib mal eine Message, Junge, hier. Ruf mich an. Linge, linge, linge. Ich glaube, er kann dir keine Nachricht schicken. Dann hol dir einen Trottel in der Stadt und mach Klingelingeling hier. Ich schicke dir... Eine Brieftaube. Luka, halte mir das Ohr. Eine Briefkrähe. Flieg vorbei. Halte ich mir das Ohr. Er wird doch wissen, dass wir teleportiert haben. Weiß er das? Theoretisch muss er das doch wissen. Theoretisch muss er das wissen, weil er ist ja noch zurückgeblieben. Und da hat er gesehen, wie er wegteleportiert. Ja, ich hab das ja programmiert und aufgepasst. Ja. Wir sind jetzt schon einen Tag da, oder? Wir haben schon geschlafen. Noch nicht. Das ist noch der gleiche Tag. Glaube ich. Wir waren da nämlich schon in der, äh, in der, in der Absteige, im Hotel, ne? Stimmt, ihr seid, genau, ihr seid hin teleportiert zu dem Club. Genau, habt ihr abgefeiert und dann habt ihr eigentlich schon übernachtet. Ja, stimmt, ja. Ja, dann würde ich ihn abholen einfach am nächsten Tag. Ach so, okay. Naja, beziehungsweise soll er halt Klingelingeling machen, weil sonst, keine Ahnung, was ich... Kannst ja auch einfach auf gut Glück mal zurück teleportieren und gucken, ob er jetzt Bock hat. Könntest du auch Maschine sagen. Nein. Nein. Sag das nie wieder. Ich teleportiere mich zur Hämoglobin. Hallo, Allaham. Oh, ich wollte gerade aufbrechen. Was machst du hier? Ich hole dich ab. Oh, das tut sich gut. Ja, das ist 10 Gold. Was? Ja. Was zahlt Woody? Ist mir egal. Auf geht's. Greif mich auf den Arsch und wir teleportieren uns. Alles klar. Und ich slappe ihn und als es klatscht, stehen wir schon in Idel. Und Allaham, du siehst all deine Freunde hier, außer Woody und Asmodee. Allaham, du darfst niemals Aubergine sagen und dich dabei zu konzentrieren, ja? Und plötzlich teleportiert. Nein, 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 da steht. Ich habe mich nicht konzentriert. Wir haben 10.000 Gold ausgegeben, ja? Und wenn du das sagst und dich konzentrierst, dann werden wir alle zurückgeportet in die Hämoglobin, ja? Dann musst du dir keine Sorgen machen. Dann kennst du das Wort nicht. Na gut, jetzt, wo ihr alle da seid, vielleicht will ich ja Allaham auch nochmal durch die Stadt. Allaham, du kannst mir einen, Moment. Du kannst mir einen Diplomacy-Check geben, weil dann auch du noch fit wie ein Turnschuh durch die Stadt gehst und probierst, irgendwelche Informationen über diesen Pesabnet herauszufinden, der anscheinend eventuell was über die Schattenasche weiß, eventuell an irgendwelchen Schmuggelgeschäften hier in der Stadt mitbeteiligt ist. Aber, ähm, oh, ja, okay. Okay, Allaham. Ähm. Du triffst eine zwielichtige Gestalt in, äh, einen der Gassen und du denkst dir so, hm, eine Person, die so aussieht, hat vielleicht irgendwelche Informationen über, äh, ja, irgendwelche illegalen Geschäfte hier in der Stadt und du denkst dir so, hm, okay, die befrage ich mal. So, und du triffst diese Person hier heißt, äh, Lara anscheinend und, ähm, dieser erzählt dir ein Gerücht. Und zwar erzählt sie dir, ähm, dass sie zwar nicht unbedingt weiß, äh, was es da mit diesem, äh, Pesabnet genau auf sich hat, ob der irgendwas mit dieser Schattenasche zu tun hat, aber sie hat gehört, dass in letzter Zeit, äh, viele der Leute im Kriegsrat, äh, irgendwelche positiven Zauber benutzen. Und dass die überhaupt nicht dafür bestraft werden. so wie Bess. Was? Positive Zauber? Das muss ich melden. Danke. Kein Ding. Bist du vielleicht noch an, äh, an einem Zaubergegenstand hier interessiert? Ich hätte da noch so eine, so eine Rune. Oh, weiß ich welche denn. Ah, hier, das ist, ähm, das ist so eine Rune. Wenn du die in eine Waffe machst, dann, ähm, machst du irgendwie so, so, ähm, so, so, so richtig bösen, äh, Säureschaden. Säureschaden? Hm? Das hatte ich schon mal. Das war nicht so geil. Ich würde sie dir, ich würde sie dir geben für 500 Gold. Aber die habe ich doch schon. Vielen Dank. Da brauchst du nicht noch einer, oder für deine, für deine Kumpanen vielleicht. Ich glaube, Säure ist momentan auch in, äh, out. Achso. Feuer, Feuer ist jetzt hinten. Feuer? Achso. Nee, du, stimmt. Ach, jetzt, wo du es sagst, ich glaube, das ist, ich glaube, das war doch so eine Feuerrune. Achso. Willst du die haben? Das sind dann natürlich alles. 500 Gold, sagst du? 500 Gold, ja. Was ist, wenn wir 400 machen? Ach, ich... 450? Ist die denn great, oder ist die nur so wie Noah? Die, die ist bestimmt great, ja. Hahaha. Mach mal ein Perception-Check. Äh, äh, Perception. Ah, die, die, die sieht fantastisch aus. Ja, es sieht, äh, du siehst halt vor dir sowas, was wie eine Rune aussieht, auf jeden Fall. Also, ne, ist halt so, so ein Steinchen mit so, mit so, 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 mit so, ja, roter Farbe, so ein paar Linien draufgekristelt, ja. Ja, ich mach mal nur so, kann ich das machen? 15, warum so? Wie viel mach nur für mich einen Intelligenz-Check? Ui, eine 5. Hahaha. Ja, das, das, da, Hand drauf. Hahaha. Hahaha. War eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Hey, gerne. Jetzt bin ich aber auch leider ausverkauft. Ich, ich geh da mal, ne, also, hab mich gefreut. Tschüss. Ja, ciao. Danke für die Infos. Hahaha. 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 Das hat so lange gedauert. Ich hab noch, ich hab mir mal noch ein bisschen einkaufen, eine Rune hier. Und ich hab ein paar Infos. Sag mal her. Ja, hier, hier. Äh, mach mal Detect Magic. Detect Magic halt. Aber ja. Ist, ist ein normaler Stein. Was machst du mit dem Stein? Wirfst du den, oder wie? Das ist eine Rune. Das ist keine Rune, das ist ein Stein, du Idiot. Ach, du hast keine Ahnung, Goblin, oder? Wie, ich hab keine Ahnung. Ich schwöre doch Magie. Und da ist keine Magie drinnen. Also kann es nun Stein. Vielleicht spürst du sie gerade nicht. Oder vielleicht ist es eine magische Bohne, oder was meinst du? Selbst wenn es eine Bohne wäre, wäre sie auch nicht magisch. Da ist keine Magie drin. Wie würdest du gesagt, ich hab mir meine Rune zurück. Was? 450. Ein Schnäppchen. Solche Idioten wie dich würde ich auch gerne finden öfters. Würde ich denen auch immer nur Steine verkaufen. Da lässt es eine Feuerhune sein, lass. Ja, Ogun. Komm, kennst du dich doch aus mit Feuerhunen. Wann ist das eine Feuerhune, oder ist das ein gewöhnlicher Stein? Ich schaue drauf. Gewöhnlicher Stein. Ich benutze meine kinetischen Steinkräfte, um den Stein einfach reden zu. Haben wir schon gerastet? Haben wir schon gerastet? Stimmt, oder? Stimmt nicht, glaube ich. Also wann hast du mit dem Stein geredet? Habt ihr angekommen? Nee, als wir eben in dem Warenhaus waren. Ja, dann noch nicht. Dann kannst du es noch nicht wieder machen. Gebt mir meine Rune wieder zurück. Ein Stein-Video. Ja, du bist ja schwer verletzt. Und wir sind alle verletzt. Wieso sind wir verletzt? Denn wir hier herum eieren. Das ist dann erklären. Naja, weil ihr gerade bei dem Dingsbord Warenhaus. Ah ja. Dann lasst uns jetzt alle mal in ein Kaffeehaus setzen. Bisschen so einen Bluttee trinken oder sowas. Und dann schwarzt euch. Auf geht's. Hilf mir, Wes. Brauch wieder meine Assistentin. Bitte reiche mir die stumpfe Säge. Und ich reiche dir die stumpfe Säge. Okay. Reiche dir bitte so ein paar Härchen aus. Am besten hier in dem intimen Bereich. Die sind schon automatisch so leicht gewölbt. Brauchen wir dann zum Nähen. Und zum desinfizieren deine Pisse. Ich kann leider nicht pinkeln. Jetzt. Aber auf alle Fälle habe ich immer ein bisschen Urin im Buxen dabei. Alle ein bisschen anstreuen. Nur mich nicht. Sehr gut. Plus vier. Ja. Trotzdem kein Dingsbord. Es sind drei, vier Leute. Das sind Deno V4 hier und das schon. Die O-Bund braucht mehr. Zehn Minuten. Ich mache noch mal. Muss ich noch mal würfeln? Im Moment hat das keinen. Das wird eigentlich eh keiner, oder? So würfel ich überhaupt mal. Aber ist eh lustig. Komm. Würfel noch mal O-Bund, wenn du willst. Ja, komm, heilt euch. Seid immer noch nicht voll hier. Ja, ja. Ja. Halbe Stunde können wir uns so ein Croissant mit Fleischfüllung und einen Bluttee mit so einer Terrassermann im Industrieviertel. Das ist richtig hässlich, aber das gefällt mir. Und derweil heilig ist. Okay. So passiert es? Und währenddessen könnt ihr a la hame so erzählen, was passiert ist und so? Keine Ahnung. Oder auch nicht. Jo. Egal. Chillt da so ein bisschen rum. Genießt einen viel zu sonnigen Nachmittag. Sind ja hoffentlich Schirme aufgespannt. Natürlich. Jetzt weiß Allah Bescheid über alles. Weiß er das wirklich? Sind denn schon Gesetze gegen die Blutfürsten ausgesprochen worden? Oder können sie das einfach nur? Ja, was heißt Gesetze gegen die Blutfürsten? Also es ist halt nur so, dass dieser Rat der Kriegsmeister, dass die halt Gesetze aufstellen, an die sich halt jeder halten muss, auch Blutfürsten. So war das gemeint. Bisher keiner was verbraucht. Aber wir selbst und die Gesetze würden uns nicht halten, oder? Ja, eins vielleicht schon. Und Wes hat das vielleicht gebrochen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Welches? Hat sie gebrochen? Hat S gebrochen? Haben sie gebrochen? Wes, was bist du jetzt eigentlich? Wie soll man dich jetzt ansprechen? Also langsam geht mir das schon auf den Arsch, ja. Ich schweige dich an. Sprich mit mir, du Tragsau dieses S hier, was hat es verbrochen? Hat er nicht die Maruts besiegt? Mit einer verbotenen Technik? war das so verboten jetzt? War das so verboten? Das war doch nicht so verboten, oder? Ich meine, es ist halt Divine Armageddon. Es macht halt den gegenteiligen Damage. Das ist wahrscheinlich Interpretationssache. Ja, aber es macht halt den Schaden und den Schaden. Also insofern ist das wirklich Interpretationssache. Keine Ahnung. Ich zeige Allah dass wir im Kampf gegen diese Maruts sehr unterlegen waren und dass Gubi Nur mit ihrem Gesang Asmodea umgebracht hat und ich keine Wahl hatte als sie mit heiliger Energie zu vernichten, weil nur das tödlich für sie war. Und ich hoffe, er versteht es. Ja, alles für den Sieg. Wer interessiert das überhaupt? Hauptsache, unsere Feinde sind tot. Das haben wir doch nicht gehört, oder? Wenn er immer nur Message macht, es ist immer so eigentlich das dümmste Gespräch, was man führen kann. Er redet mit einem alleine und der muss es dann nochmal erzählen, dass Sieg erinnert wird. Aber so ist es. Ich frage, ob alle haben. Einen interessieren die Gesetze dieser Nation überhaupt? Hauptsache, unsere Feinde sind tot. Wie zum Beispiel aus Madea. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe es in Ihren bewusstlosen Augen, durch die Augenlider habe ich gesehen, dass sie eigentlich sterben wollte. Ich habe das gesehen. Du hattest recht, sie zu töten, Gobi Noe. Richtig, danke. Sie war halt auch im Weggeber. Ihre Silbernenzunge hat sie nur Lügen verbreitet. Also ja, das mit einem Meister, okay. Aber ich meine, diese anderen Lügen und dass sie behauptet, dass sie die schönste ist, also das. Hoffentlich hat sie noch gehört, wie ich sie umgebracht habe, dass sie einfach die schöner war. Habt ihr den Geldbeutel ausgeraubt? Ja, die war nicht reich. Sie hat ja behauptet, dass sie 2000 Gold am Tag verdient hat. Und dann bin ich erst letztes Mal und dann bin ich letztes Mal draufgekommen, dass sie nur einen Tag dort gearbeitet hat. Erkenne ich anhand der Beschreibung, die mir der Stein gegeben hat, dass Alaham vielleicht der andere sein könnte. Er hört sich schon sehr dumm an, oder? Ja. Okay. Komm, bringen wir jetzt an meinem Kopf, Bis Alaham redet, seht ihr nur plötzlich, wie ich etwas aufflamme. Wie nah stehen wir bei Alaham? Ich fliege in die Höhe. Ich fliege, reiß dich ruhig. Ich bin neuer, der ist hoch. Ciao, viel Spaß. Oho und drehe mal die Heizung ab. Es ist heiß hier. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ja, geht das ja. Dann sage ich's Woody und der sagt's dir. Der ist nicht voll da, oder? Er steckt in ihm. Der Meister ruht sich aus. In mir. Gott, ich bin wirklich. Ich hoffe, Woody stirbt bald, damit diese Scheiße aufhört, oder du hast ihn gegessen. Woody's Taktik geht halt auf. Man kann halt nicht sterben, wenn man nicht mitspielt. Naja, das ist auch eine Lüge, oder nicht? Hast du ihn gegessen, Ogun? Nein. Das heißt, er ist in dir. Aber ist nichts. Woody ist in dir dritten. Ich hab ihn sich reingesteckt. Instanz skeptisch. Aber Woody ist doch aus Holz und du brennst und der ist doch schwach gegen Feuer. Aber in einer Steinhülle versteckt. Okay. Deswegen schaust du aus, als er ist schwanger. Das ist ein Außerdem kann ihm von meinem Feuer nichts passieren. Aber müsste er dann nicht so Decks oder sowas verlieren? Ich mein, ganz ehrlich, er muss das schon um so einen Mali haben, ja? So eine fette Puppe sich reinstopft. Das kann ja nicht sein, ja. Er ist doch nicht fett. Das ist ein Geist. Ja, na und? Er wiegt 0 Kilogramm. Ja, aber vielleicht wiegt er aber sein Volumen und was, weißt du, Jungen, man kann es nicht fängen. Das ist ja nur eine kleine Ausbeutung in meiner Steinrüstung. Das heißt, du isst nichts. Bist du für Feier. Wir finden mal Feuer zu. Ich muss dir kaprieren, wir sind bereits tot. Das stimmt, ich esse eigentlich auch nie was. Was ist denn? Was? Und er macht automatisch schon ein paar Schritte zurück. Schaut urskeptisch auf alle. Wir kennen uns doch seit Monaten. Wie oft hast du mich essen sehen? Wenn ich esse, schaue ich nicht auf andere. Ja, aber wer sagt, dass man immer essen muss? Genau, der holt sich wieder eine Keule raus und schaut durch die Gegend. Jetzt wäre das Gespräch vorbei. Wie du vielleicht merkst, ist das ein Jugendlicher, ein Teenager. Der ist erst fünf Monate alt und so. Der ist noch ein bisschen langsam im Kopf, so wie die Sahne haben. Hä? Gib ihm. Iss weiter. Schaust so schwach aus. Zufrieden, kaut er weiter. Essen wird dir nichts bringen, du bist bereits tot. Dein Körper kann damit nichts anfangen. Das stimmt ja nicht. Du musst mal von Capri hören. Nein, nein, nein. Wir sind... Apropos Allerham, ja. Wir haben alle Hunger. Also, wir haben Antworten. Hast du gerade gehört, wie er Capri gesagt hat? Capri Primari? Der Erklären. Sag doch mal das Glauben von Ulga Tor. Ich erkläre euch alles. Sagt Allerham dazu. Über Capri Wenn du nicht schon tot wärst, würd ich dich umbringen. Dass alles besser ist. als bei Urga Tor. Was würde wohl Katri dazu sagen? Urga Tor hat Katri im Sterben, den wahren Tor sterben lassen. Fabri hätte das nie zugelassen. Das Letztes Mal schon gesagt. Das ist doch was Gutes, das jetzt bei Urga Tor ist. Feiert jeden Tag. Nein, sie hätte die Kunde weiter verbreiten müssen. Sie ist eine Märtyrerin also mehr ihre Kunde weiter verbreiten geht doch gar nicht als mehr Türen zu sein. Sie hat ihre Kunde verbreitet und deswegen ist sie ja jetzt bei Urga Tor. Sie hat sich erst verdient. Aber du und Capriri weiß nichts. Ich bin enttäuscht Allah. Ich bin enttäuscht von dir. Ich wende mich ab. Küstlich. Ich teile meine Leone. Lieber deine Ruder in deine Waffe. Oh Wes komm lieber auch im Luft. schon ein Feind von dir zu sein. Wollen wir uns verbünden. Komm Wes komm ein bisschen zurück. Er hat seinen Nutzen. Er soll vorne stehen. Aber kümmere dich nicht darum, wenn er in deinem Weg steht. Verbrenne alles. Na gut. Wir sind alle wieder gesund. Wir haben was gegessen, getrunken. Ich bin müde. Ich gehe ins Hotel. Geht ihr alle ins Hotel? Oder will noch mal jemand rum gehen? Was wollt ihr rum gehen? Habt ihr noch was herausfinden? Was wollen wir herausfinden? Ich dachte, wir wissen schon alles. Ihr habt schon einiges an Gerüchten gehört, auf jeden Fall, die so ein bisschen diesen Piss-up nicht beschuldigen. Da gehen wir halt noch eine Runde. Das Hotel ist eh so weit weg. da können wir auf dem Weg gleich mal fragen. Okay. Why not? Diplomatie oder man hat was anderes oder wie? Diplomatie. Exploration Mode. Ja. Getter Information Active. Boom, Leute. Leute. Wes probiert sich durchzufragen, aber irgendwie keine Ahnung, rennen die Leute eher vor dir weg. Wenn man nicht reden kann, ist das schwierig. Schon peinlich. Ist jemand Legendary Information unknown only to an incredible select few or only to extra I I I I I I I I Master, man. Well guarded or Esoteric Information, man. Also eigentlich müssten wir schon richtig krasse Scheiße herausfinden, wenn wir Master sind. Die Spin Master. Boom. Easy. Ähm. Hab ich ne noch. Gubinol, du bist in einer Taverne, kommst so ein bisschen reingetrellert, natürlich direkt Center of Attention und du fragst so ein bisschen rum, ob jemand irgendwelche komischen Gerüchte gehört hat, vor allem über irgendwelche Begebenheiten im Pallet Pinnacle oder diesen Pess Nabet oder wie er heißt und so so ein ja interessant aussehender Zwerg kommt zu dir, sieht fast so aus als ist er vielleicht irgendwie Minenarbeiter oder so irgendwas kommt zu dir hin und sagst so das war eine gute Vorstellung gerade hier wegen den Gerüchten da die du hören willst ich hätte da vielleicht was das dich interessieren könnte ich habe da so eine Geschichte gehört vor kurzem was den Pallet Pinnacle da anbelangt Interessiert Stimmt nur so hier ein Bier für diesen Typen Dankeschön Dankeschön wäre auch nicht nötig gewesen alles schon aber ja denk dir auf jeden Fall Bier für den Typen da vor so ein paar Wochen die halten da ja immer Gottesdienste ab im Pallet Pinnacle und vor so ein paar Wochen da war da so ein Gottesdienst der wurde unterbrochen von einem lauten Schrei und anscheinend war das so dass irgendjemand von der Spitze des Pallet Pinnacle runtergefallen ist auf dem Boden so richtig aufgeschlagen richtig ekelhaft ausgesehen ganz schöne Sauerei auf jeden Fall und nee aber das ist ja das komische ich war ich war halt gerade zufällig da so in der Menge da draußen und hab gesehen wie das passiert ist und ich bin natürlich mal direkt hin wollte hier so mal gucken was da so abgeht sah interessant aus auf jeden Fall und ja war ein ziemliches Durchander da weil ich hab gesehen dass dass dieser ja weiß nicht es war menschenähnlich aber irgendwie war es komisch der hatte so eine Art Edelstein in seiner Stirn stecken sowas schon mal gesehen eine gute Frage ja schon mal gesehen hmm wahrscheinlich nicht mal gelesen irgendwo mal einen Film drüber gesehen eine Dokumentation ein Podcast Meme naja mach doch mal mach doch mal einen Okkult Check why not ja ne 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 ist dir unbekannt naja gut der der Zwerg erzählt weiter so ich war echt überrascht der der ist da irgendwie der ist nicht mal von selbst rausgesprungen oder so als er gelandet ist anscheinend Pesabnet kam dann irgendwie raus und ließ so ein paar von seinen Akolyten die Menge also mich inbegriffen zurückdrängen und hat irgendwie versucht die Sache zu erklären und er meinte irgendwie es wird sich dabei um ein Opfer für Uga Tor handeln und dass dieser dieser Typ ein Gast bei einem Fest mal gewesen wäre oder so sorgte natürlich für ein paar Jubelrufe und Gelächter aber naja der Typ stand auf jeden Fall nicht auf der Speisekarte kann ich dir sagen das war alles sehr sehr komisch ich liebe nochmal noch ein Bier finden danke dir hast du noch was oder was das ne das war das einzige merkwürdigste auf jeden Fall weißt du was über den Samenström hier in den Quik Samenström äh das ist niemand bekannt oder kein Adliger oder sowas ich meine Quiks so viele Quiks gibt es hier sowieso nicht und die die Partys gibt es also mit denen kenne ich mich eigentlich nicht aus traurig dann kriegst noch kein Bier mehr ciao ja trotzdem danke ciao und dann gehe ich sofort weiter weil ich bin so schnell bei Informationen sammeln dass ich zwei machen kann in zwei Stunden ok und deswegen gehe ich gleich weiter jetzt habe ich mit der mit der gleichen Roll oder nochmal rollen nochmal ok und jetzt frage ich über Samenström so ob der weiß wo ist dieser das ist aber Ok 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 du fragst dich so ein bisschen rum aber so wirklich ja so ein wirklich gutes Ergebnis kriegst du nicht du findest du findest irgendwann jemanden der sagt sag mir was sag mir was ähm irgend so ein Musiker oder ich weiß jetzt nicht ob alle Samenströms Musiker sind aber nee nee ich meine das war so das war so ein Bengel so blonde blonde Haare so mittellang ab und zu hat er sich da auf die Straße gehocken irgendwas so gespielt auf seiner Laute oder sowas aber hab ich also jetzt wo du sagst ich hab den öfter auf der Straße hocken gesehen mit seiner Musik aber irgendwie so vor kurzem ja hat er plötzlich aufgehört zu erscheinen ich hab den ja schon seit einer Woche oder so nicht mehr gesehen in der Woche zwei ich sag dir jetzt was wenn du den ausfindig machst und mir das sofort mitteilst ja ja äh und zwar bin ich in diesem krassen 5 Sterne Hotel das Queensloft mhm hoho uiuiui nicht schlecht nicht schlecht ja ich bin da unter dem Namen lass mich überlegen äh EA Zamm glaub ich ok und ja es gibt das Tempatie dort zack du hast Informationen wegen diesem Sammenström und ja und dann wartest du einfach unten in der Lobby auf mich ich gebe dir 5 Gold ja alles klar ja das ist ja das ist ein Wort das gilt für jeden der mir diese Information bringt das ist ein Wort ok ciao ciao fertig ok würde ich sagen äh ja nach getaner Arbeit mehr oder weniger lasst ihr euch irgendwann äh im Queensloft nochmal unter da habe ich euch jetzt auch was schönes vorbereitet ich gehe gleich zum Portier und frage wie ist unser Name nochmal hier angemeldet du hast wechselt oder was ich weiß was habt ihr der gesagt beim letzten Mal das weiß ich nämlich auch nicht mehr ich glaube ihr schert alle einen Namen oder wie ist das nein geht geht wieder nur auf einen Namen gehen die Unterkunft für mich schau nicht aber teilt ihr teilt ihr der Unterkunft euren Namen mit sodass man euch kontaktieren kann oder wir sind als eher zahm dort gemeldet deswegen gesagt er soll Deportier sagen für eher zahm wenn er den Namen nicht weiß oder was weißt jetzt ja wenn euch jemand kontaktieren will schafft er das ja kann ja sein dass ihr das nicht wollt ist eure Entscheidung deswegen habe ich auch einen falschen Namen gesagt weiß nicht es ist immer die Frage wer uns kontaktieren will ja ja klar er hat aber auch gesagt ihr sollt euren Blutfürsten Status ausnutzen mit keiner Aufmerksamkeit erregen meint er ja nur keine negative also dass ihr keine Ahnung direkt irgendwie ins Pellet Pinnacle rein marschiert mit Feuerbällen schmeißt und sag jedem hier Gubinoe und ihre Assi-But Fürsten sind hier alles klar und sag jedem wie gesagt der Auftritt der der organisierte ja habt ihr gesagt oh ok kann ich machen was ist denn mit unserer Tür wo ist denn der der kleine Mann damit habe ich nichts zu tun macht das mit ihm selber aus ich meine also ich habe ja noch seine Armbrust also mir ist das ja Schnuppe ne ja gut ok frag ja nur ich das ist ihr habt ihn doch gesehen das ist eine Puppe das erwartet ihr ja gut wann ist denn der Auftritt macht schön Marketing ja ja die ganze Stadt soll wissen dass ich hier bin natürlich können wir gerne mal können wir gerne machen ach so ja Frau Gowino ich habe ich habe ich habe zwei Briefe für euch bekommen ja also einer ist adressiert an sie direkt anscheinend hier bitte sehr der andere ist an die Frau Asmodea ja das könnt ihr mir auch ja ok dann nehmen sie ja sie ist tot by the way was ist so ist so die habe ich umgebracht oh oh ok hat sie sich nicht benommen mehr ach so ja gut das kommt vor das kommt ja ok das kommt vor ist egal gut danke so dann geht ihr auf euer Zimmer oh ja ich schlafe logisch seid froh dass ihr hier übernachten könnt in dieser krassen Abstand genau dann lege ich mich aufs Bett so auf den Bauch die Beine in die Luft und auf und ab links rechts macht man den ersten Brief auf der für Asmodea bestimmt ist aber dieser tot deswegen lese ich ihn jetzt auch dann damit das jeder hört willst du es direkt jedem vorlesen ja ich lieg so am Bett zu dem Gesicht zu den Leuten wie gesagt auf dem Bauch und die Füße abgewinkelt nach oben und ich bewege meine Füße auch die ganze Zeit Charmer Party richtig Charmer Party als wäre ich verliebt oder wäre das ein Liebesbrief das ist sicher schön wenn das Asmodea geschrieben bitte bitte schön sehr geehrte Blutfürstin Asmodea ich danke euch nochmals für das nette Gespräch was steht da das Witz das wir das wir vor kurzem hatten ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel wenn ich euch um etwas eigener Sache bitte ihr kommt bei eurem Beruf sicher viele umher und ich wollte euch bitten dass wenn ihr eure Freunde zufällig auf ein Buch namens Aeon Ascendant stoßt ihr mir dies doch bitte zukommen lassen ich bin seit 200 Jahren verzweifelt auf der Suche danach da ich es brauche um eine wichtige Frage zu beantworten die mich schon zu Lebzeiten beschäftigte freundliche Grüße Jakob Krisch und dann mache ich es klein und werfe es Richtung oben es brennt natürlich direkt als es in meine Richtung ist und dann nehme ich den anderen Brief und den lese ich aber nicht laut vor ok warte ich glaube das kann ich auch machen so ich glaube das siehst jetzt nur du siehst du was ja ich sehe das ja sehen die anderen irgendwas nein sehr gut ok nur den alten Brief ein langer Brief ich schwebe es im Kreis denke nach ihr alle seht halt nur dass Gubi Noe da irgendwas liest anscheinend noch für sich selbst krübelst 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 und krübelst doch die Scheiße woher selbst in seinem Tod geht er mir auf den Arsch dieser Hurensohn dann bleibe ich stehen also passt auf hört gut zu ich lese den Brief jetzt noch einmal vor obwohl ich ihn zugemacht habe und ihn nicht mehr finde dann lest ihn euch selber durch das soll ich nochmal aufmachen für alle ja keine Ahnung ich weiß nicht wo soll das sein das ist einfach weg dann ja ich habe das natürlich versteckt dann seht ihr ihn jetzt alle ich glaube das ist eine Falle es ist hundertprozentig eine Falle aber trotzdem will ich dorthin er glaubt er wird lieber sterben unglaublich unglaublich ja das ist doch das ist doch fantastisch oder nicht du Ralfi Rali hast du eine AI benutzt für diesen Brief ne du hast du das wirklich selber geschrieben oder was ne ich habe ich musste ein bisschen suchen aber es gibt eine Seite wo du das locker machen kannst gib es einfach den Text dann kriegst du sowas raus ich habe viel schlimmeres vor als den Tod ach so na das da bin ich dabei naja war der letzte ist nicht dabei beim Konzert habt ihr euch einen Stream angeschaut dann leider nein unter Beherstigung von Katrin er war nicht dabei ich habe sie ja schon beerdigt als sie gestorben war aber ich habe sie sie lebt mir weiter sie kam eigentlich wieder im Konzert aber da habe ich ihre Seele habe ich dann entwicklung zur Stelle ihr habt das vielleicht falsch gespürt so wie ihr glaubt dass mein ich glaube nicht dass mein Rune hier ein Stein ist ich glaube Leon war auch da oder hast du nicht auch gespürt dass Katrin zurück wollte auf einmal ihre Seele irgendwas tun wollte und dann habe ich sie vernichtet der glaubt auch nicht mal an Ulgator dieser Knüch wer ist denn eigentlich der bessere Gott Ulgator oder Capibri natürlich Ulgator was soll das was soll die Frage überhaupt ich sag du Leon Ulgator hat sich hat seine unsere Liebe nicht verdient Ulgator ist bei mir ihre größte Streiterin Katrin hat sie einfach sterben lassen den wahren Tod hat Ulgator keine mächtigeren Krieger als Katrin sie war für großes Auserwähl wer sagt das eigentlich wie kommst du eigentlich drauf ich habe es gespürt was hast du gespürt in meinem Mark nachdem also Gott feeling hast du gespürt dass sie für mehr bestimmt hat ja hast du nicht Asmodea auch gegessen natürlich war sie auch für mehr bestimmt nein bei Leon hat das Wort Bauchgefühl eine ganz andere Bedeutung ja und langsam geht so die Sonne unter und plötzlich klopft es an der Tür ich bin so müde jetzt macht diesmal einer die Tür auf hier und zerstöre sie nicht Alaham komm mach die Tür auf Alaham mach die Tür auf und Alaham ja bitte du siehst vor dir eine Gestalt eintreten hey wer hätte gesagt dass du rein darfst okay sie steht vor der Tür was seid ihr was wollt ihr seid gegrüßt ihr müsst die Blutfürsten aus Mekita sein ähm mein Name ist Giyazi ich habe gehört ihr habt euch nach mir erkundigt und wollte euch einfach mal willkommen heißen bitte Giyazi wir haben nach euch gesucht so sieht sie aus seid ihr eine C seid ihr ein R seid ihr ein S seid ihr eine D eine C aber warum ist das denn so wichtig ich schüttel mir den Kopf und schau zu fest und Daumen hoch zu fest darf ich denn reinkommen Leon schaut mal in den Gang ob irgendjemand bei ihr ist wenn nicht dann nicht der nur Perception check scheint komplett allein zu sein redet rein kommt da rein ja das sind ja hohe und ehrenwerte Gäste ich habe viel Gutes von euch gehört ihr habt ja ich sag mal Mekita wirklich euch ein tollen Namen gemacht ja und hier nicht oder was bitte und hier nicht oder was ich wette dass ihr euch hier auch recht schnell einen Namen machen werdet also wenn man in Mekita berühmt ist ist man in so einer Provinzstadt nicht berühmt oder wie naja also natürlich soll ich eine enges gleiche Stimme wie eure Govinoe die kennt man hier natürlich aber naja also viele Leute hier die sind eher so naja auf ihr eigenes auf ihre eigene Region getrimmt ich sag mal also wenn da irgendwo anders was tolles veranstaltet wird dann sind die halt eher so hm ja was interessiert mich das aber wisst ihr also also Leute wie ihr ich wette ihr werdet ganz tolle Sachen vollbringen hier in kürzester Zeit sagen dass ihr nicht jetzt schon mein Freund seid legendary performer hm ich hab dir nicht mein letztes Album gekauft mein letztes Single geb ihm Govinoe ich bin einer eurer größten Fans natürlich ja wollt ihr ein Autogramm sehr gerne dürfte ich denn so eins haben ich wollte ja nicht so dreist sein und direkt danach fragen aber natürlich zählt mir aber zuerst was ihr wollt jetzt und dann kommt es auf meinen Gemütszustand an und was ach naja also ich mein jeder spricht schon über die neuen Blutfürsten in Elet die aus dem Mekita extra hergekommen sind und ähm naja ich hab zwar jetzt keine offizielle Position in der Hierarchie dieser Stadt aber ich hab enge Beziehungen zu denen die äh solch eine inne haben und ich wollte einfach nur sehen was es mit dem ganzen Trubel auf sich hat und naja vielleicht einen Weg finden wie wir uns gegenseitig vielleicht aushelfen können natürlich ja ja gibt's schon ich bin kein Altruist oder sowas aber ich glaube wirklich fest an die die Macht von Freundschaft ihr nicht? sie lacht und dann sie lacht wow wow okay du hast einen kritischen success krass ähm ja ich 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 also ich hätt bei diesem Charakter ich hätt nix gesagt hättest du nur normalen success gehört aber bei dem crit du merkst dass sie definitiv versucht euch irgendwie um den Finger zu wickeln weil sie natürlich irgendwelche Absichten hat keine Ahnung wahrscheinlich will sie euch für irgendwas ausnutzen ich lache eh schon wie sie das sagt ich lache eh schon wie sie das sagt und und am Bett rolle ich so hin und her das ist richtig süßig nur am Bett ehrlich sagen das gefällt mir ich will immer ein Bett mithaben egal wo wir jetzt gehen ich rolle mich hin und her und lache Freundschaft ja Freundschaft ist toll was wollt ihr nichts 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 weiteres eigentlich ich wollte euch wirklich erstmal nur kennenlernen und sehen wie ihr so drauf seid und ich hatte da aber noch ein kleines Willkommensgeschenk für euch schaut doch mal her und sie reicht euch dieses Amulett hier mir oder was also wenn du direkt vor ihr stehst ich liege am Bett ich bin bei ihr ok dann gibt es wohl Leon ich dachte Alaham hat sie reingelassen nein ich hab doch in den Gang geschaut ich dachte Alaham hat die Tür aufgemacht aha detect magic detect magic tatsächlich ist es komplett unmagisch das scheint wirklich einfach nur ein diamanten Amulett zu sein ok hat sie dann irgendwas magisches an sich nehme ich an natürlich Leon zeig mal her was die stärkste macht und Illusionsmagie wie immer nur wenn es lower level ist als das detect magic level also auch dann spürst du tatsächlich gar keine magie ist das ist schönes Amulett oder ist nicht magisch das ist ein super schönes Diamanten Amulett nur ein kleines Willkommensgeschenk das Zeichen meines guten Willens oh das ist so da werde ich unbedingt da sein natürlich oh was denn überlegen ich bin viel ganz viel achja das will ich jetzt nicht unbedingt aber das ist aber eine Frage einer unserer Gefährtinnen ist letztens gestorben wissen sie vielleicht jemanden der mal raus will der mal Action haben will oder der vielleicht käuflich ist ich weiß nicht vielleicht jemanden haut drauf oder so oh also ich könnte mich natürlich gerne mal für euch erkundigen ja durchaus sucht ihr eine bestimmte Art von Söldner oder haut drauf hätte ich gesagt haut drauf also sowas so ein Krieger oder sowas ja was gibt es noch außer Krieger wie alles das gleiche also möglichst groß stark viele Muskeln und große Waffe ja ah ok der vorne steht und auf die Fresse willkommen und wenn er stirbt ist es auch egal so ja ich kann mich gerne mal für euch umsehen natürlich sehr gut ihr seid im Untergrund unterwegs kriegt ihr da besondere Gegenstände für Abenteurer wie uns oh ähm hm das hat sich schon rum gesprochen was wir haben unsere Quellen interessant was habt ihr denn so über mich gehört alles nur euren titel und euren beruf die enthüllerin oder so ähnlich sehr gut ein verrückter name oder was bedeutet er denn das würde ich auch gerne wissen seid ihr journalist so ähnlich ich handele mit informationen das ist schon richtig ja arbeitet ihr für den rat nein ich kümmere mich eher so um die angelegenheiten wie soll man sagen unter tage habt ihr schon mal davon gehört dass der rat positive effekte verwenden soll und damit umgeschoren davon kommen soll das ergibt überhaupt keinen Sinn wer hat euch denn so einen Stuss erzählt das war Lara Espak hört sie Lara natürlich die gute hat euch wahrscheinlich einen Bären aufgebunden das ist so ihr habt doch hoffentlich nichts von ihr gekauft ich glaube nur zu Alarm vielleicht ja das ist so ihre Masche ihr müsst ein bisschen aufpassen hier also momentan ist hier alles so beschäftigt mit dieser Kriegsvorbereitung und bla 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 und oh nein Nex kommt vielleicht schon übermorgen vorbei und bla 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 das ja ab und zu die Ganoven naja leichtes spiel haben deshalb müsst ihr ein bisschen aufpassen was wisst ihr über Pesabnet Pesabnet mhm möchtet ihr was bestimmtes wissen über ihn oder ich bin mir sicher ihr kennt schon die ganzen allgemeinen Sachen über ihn alles was jetzt zu diesem Vorfall vor ein paar Wochen wisst als dieses eine Person also so hat uns das Kaminor überhaupt erzählt gute Frage es soll jemand von der Spitze vom Pellet Pinnacle geflogen sein und ein unschönes Ende genommen haben wisst ihr was darüber das war dann wahrscheinlich ja in der Tat ähm ach wisst ihr man 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 munkelt dass der gute Pesabnet äh schon seit einiger Zeit mit ähm gewissen Äonensteinen experimentiert das sind ganz schön teure Dinge mit bestimmten Fähigkeiten vielleicht habt ihr ja sowas schon mal gesehen ähm ja ich nehme an der Stein in der Stirn äh von dieser Person war wohl einer dieser Äonensteine was versucht er zu erreichen das wüsste ich auch gerne wenn ihr es rausfindet sagt es mir oder kommt drauf an wie unsere Beziehung weitergeht unsere Beziehung ist doch schon wunderbar mein guter Leon natürlich habe ich ein bisschen kobe für dich mitgebracht ich habe doch gehört dass du so ein kleiner feinschmecker bist hier bitte sehr wir sind beste freunde und läuft vor den kamin und futtert wie ein eichhörnchen wundervoll es freut mich dass die neuankömmlinge alle so gut drauf sind ja jetzt noch wie meint der denn das ich kann schnell umkippen was ist denn mit diesen zwei was ist denn mit diesen zwei schweigsamen leuten dahin das S hier kann nicht reden das ist ein Sklave sozusagen Sklave eines wie soll man sagen ich verpfiffle mal einer hier eines Woody kennt ihr Woody natürlich ich habe schon vom berüchtigten Woody gehört dem traurig das ist wenn man der Sklave von Woody ist dem Armbrust schießenden Mönch der die ein oder andere Tür nach wem schuldet euer Ruf eilt euch voraus das gehört zu meinem Geschäft das ist ein Kompliment vielen Dank wie schlag dir vor dass wir besappnet begegnen begegnen wird 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 sein dieses Schatten Asche Komplott hier in Ilid hmm seid ihr vielleicht Teil des Ganzen ich um Gottes Willen wie kommt er denn auf sowas Muggler für diese für diese ganzen Kriegsanstrengungen und die harten Strafen für Gesetzes Verstöße hier haben solche Schmuggler natürlich kennen wir keinen der wirklich schmuggelt richtig haben natürlich eine große Chance naja dass sie leicht Ärger erregen aber natürlich also in so einer Stadt die so groß ist in der Vorschriften und Gebühren so zahlreich sind ist es ja auch nur logisch dass es ein paar Leute gibt die solch ein Risiko eingehen wollen meint der nicht der hoch scheint lukrativ zu sein ich würde sagen wie ich wisst ihr was von Qualitätskontrolle von den Produkten wer macht die wie kann man die bestechen bzw. ihr wisst schon welche Produkte wovon redet hier Nahrung für andere Nationen Export und Import oh wahrscheinlich ist dafür die Export Gilde selbst zuständig weißt genau wer Kontrolle macht die Endkontrolle von nicht genau aber vielleicht könnt ihr euch ja mal beim Tagesmarkt erkundigen ich habe gehört da treiben sich öfter die zwielichtigeren Gestalten der Stadt um ja dann wir gehen jetzt mal uns ausrasten und ihr sagt Bescheid wenn ihr so einen natürlich es war mir eine Freude auf baldiges Wiedersehen was wollt ihr jetzt hier eigentlich wartet kommt her gebt mir die Maske oder kommt in die Nähe ich unterschreibe auf eure Maske oh vielen Dank ja aber ihr seid ja sicher nicht gekommen nur um uns zu beschenken was wollt ihr von uns wie gesagt ich wollte euch wirklich einfach nur kennenlernen wie können wir mit euch Kontakt aufnehmen oh das glaubt mir wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt dann werde ich euch finden wir haben gegen zwei Maruts gekämpft passiert das hier öfter nein das ist definitiv eine Seltenheit sowas kommt ja auch wirklich nur vor wenn naja jemand sehr sehr stark mit der Nekromantierung spielt ist das denn sowas gefährliches apropos ah ein Nekromantier ist gefährlich ja das wisst ihr das wisst ihr aber auch so das ist ich glaube das wäre hier Allgemeinbildung dass diese Maruts ich meine das sind ja so wirklich so himmlische Krieger die halt wirklich dann auf die Erde kommen um irgendwelche Nekromanten halt zur Strecke zu bringen es kommt halt mal vor es ist trotzdem selten aber es kommt halt mal vor was ich meine es ist ja sowieso in Geb alles voller Nekromantie also deswegen wundert es mich halt dass plötzlich dort genau bei dem das passiert genau deswegen habe ich den jetzt hier beobachten lassen die ganze Zeit bevor ich schlafen gehe haltet ihr es für sinnvoll dass wir uns das Mortuarium etwas näher ansehen ich meine es ist eine tolle Sehenswürdigkeit schätze ich was wollt ihr denn da Informationen über Pesarnet die wir noch nicht haben ach so hm was wisst ihr denn bereits über ihn wenn ich fragen darf vielleicht habt ihr ja schon genug Informationen er soll sich hin und wieder etwas Geld selbst entstecken das macht wohl Sinn wenn er experimentiert mit Eon Steinen er hat eben dieses eine Opfer mit dem Stein in der Stirn von der Spitze von Pellet Pinnacle verfliegen lassen soll ein Opfer für Pugetor gewesen sein er ist in Drogengeschäfte involviert ja ich glaube das war so ziemlich oh ha also ich würde doch schon fast sagen das reicht doch vollkommen aus stattet ihm doch einfach mal morgen direkt einen Besuch ab ich meine wenn so ein paar hochrangige Blutfürsten wie ihr zu ihm kommen mit solchen Anschuldigen dann muss er sich ja irgendwie outen wisst ihr ob Sidney involviert war in die Tötung von Quix Salad Sidney ja oh Gott nein der doch nicht es würde mich wundern wenn der überhaupt so irgendwas imstande ist der Gute ist doch sowieso nur am Feiern Gibt es Beweise dafür dass er damit nichts zu tun hat Beweise wenn es die gibt habe ich sie nicht parat tut mir leid danke ihr habt uns sehr geholfen gerne gerne ich hoffe wir sehen uns bald wieder auf Wiedersehen ciao verschwindet was für ein Schleimer eignetig nur am Schleimen unglaublich und Leon schaut sofort sein ganzes Inventar an ob irgendwas verschwunden ist ist alles noch da wieso war sie wirklich hier du hast doch das Motiv gespült und ich müsste es uns eh wissen aber was musst du uns sagen Kollege ich habe das Gefühl sie wollte uns einlullen sage ich doch sie schleimt sich voll ein aber zu welchem Zweck das ist doch egal das ist ein wertvolles Amulett das schenkt man nicht einfach so neuen Leuten das ist nicht einmal magisch das ist halt schön wie Gold wert Gold Platin Papalapap was ist das schon wert heutzutage für uns Kollege dann benutze ich meine Kugel und schau nach was der Kollege macht der scheint gerade warte lass mal kurz lesen was du da alles siehst du 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 alter once per hour sogar krasser shit ach nee das ist Clairvoyance ist okay also du kannst zweimal am Tag zehn Minuten okay let's cry ja dann roll ich mal den World Civ auf ups nicht du okay schafft er nicht ja du siehst du siehst wie der Typ eine Straße mit einer Kutsche einen lang fährt scheint wohl wirklich abzuholen wie er es gesagt hat gucke ich ihm so ein bisschen zu und wenn nichts passiert noch fünf Minuten nö er fährt quasi so richtig stylisch mit seiner Kutsche in den Sonnenuntergang das ist echt stylisch sehr gut das war's Leute gute Nacht sehr guten Tag ja wollt ihr dann lange Rast machen also vier Stunden was macht Gobi neu jetzt ist doch die Nacht für die mit der Einladung das ist die Nacht ja ach so die ist er schon ich weiß nicht mal wie lange wir jetzt wach sind man ich weiß es ja nicht ich kann mich nicht mehr aus Junge aber was heißt die Nacht wie war es dann für Uhrzeit der Sonnenuntergang stand oder was Mitternacht stand ja Mitternacht ist das sechs Stunden ja dann was ist das Problem ich frag ja du dann Rast nur vier Stunden und dann gehen wir dorthin es kann nicht so dauern bis wir dort sind ich muss fit hingehen gehst du alleine hin oder nicht ich sag denen ja wenn ihr wollt kommt mit aber ich rede mit dem alleine und ihr bleibt hinter ja versteckt euch oder was auch immer obwohl was stand im Brief stand da was ist wenn ich von alleine kommen soll ja was stand drin ich soll alleine kommen ja dann lasst mich alleine gehen und ihr bleibt hinten und wenn ich schreie dann wisst ihr was ist wer hält mich dann also wenn ihr mitkommen wollt ist natürlich erlaubt müsstet ihr halt einen Stealth Check machen ja wenn sie weit wegstehen und die Ecke machen und nicht mal zuhören draußen kannst du das machen oder nicht wenn sie sehr weit wegstehen ja die Ecke halten ich gehe ran um mitzuhören ich bleib weit weg wie du in der Affäre bin ich interessiert okay es ist so laut es ist so laut was ist laut es es was ach so was ja gut ich komme voll rausgeputzt man es ist so schön seht ihr mir wirklich nur auf dem Zerr wirklich jo ok krass ist da halt drachenklein natürlich das schönste ich weiß nicht ich habe sicher schon was schöneres oder das kann es ja nicht sein ich bin vergeht in meckitar man aufgedreht man vor allem riesiges riesiges Fotogramm irgendwas geileres muss ich haben das Kleid von Asmodea das war doch nicht geil das war ja voll heruntergekommen und bin ich die Zeit vergeht Gomminoe die Zeit vergeht es ist kurz vor Mitternacht die Straßen sind natürlich sind so ein paar Leute da aber zum größten Teil steht ja jetzt keiner irgendwie unter dem Tor du stehst da in so einem schattigen Plätzchen der Mitternacht zum Mond scheint oben drüber und du stehst unten so im Schatten mach einen Perception Check du hörst schon aus einiger Entfernung dass sich Schritte langsam nähern es scheint wirklich auch nur eine Person zu sein aber du merkst definitiv die Schritte sind zögern und nervös auch aber dann muss nach einiger Zeit siehst du so aus dem Schatten hervordringen einen jungen Mann mit blonden Haaren es erscheint vor dir einer deiner größten Fans man Theodor Samenström Gubino ihr seid ihr seid wirklich gekommen spüre ich dieses Gesicht nochmal sehen muss spüre ich hier die Seele oder halt irgendwas von Lars Samenström ist das wirklich einer seiner Verwandten ähm das spüre ich du du kannst bestimmt die also ähnlich Gesichtszüge kannst du auf jeden Fall feststellen du bist dir ziemlich sicher dass das ein Nachfacher ist ihr habt ihr habt also meine meine Nachricht bekommen ich ich weiß das ist vielleicht alles sehr sehr dumm und gefährlich aber ich konnte nicht einfach weglaufen Frau Gubino ich bin ihr größter Fan und ich ich will einfach nur dass das geklärt wird irgendwie was ist dein Lieblingslied mein Lieblingslied ähm gebanische Nächte fand ich wundervoll peinlich 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 ein richtiger Samenström kein Musikgeschmack was aber einer meiner schlechtesten Lieder was ist denn euer Favorit Gebi das ist so ein neuer Song den konnte ich noch gar nicht hören weil ich durch die ganze Zeit mich versteckt habe bist weil du in der Zeit stecken geblieben bist wie dein Vorfahre sprich verdammter quick Samenström wie viele Verwandte hast und wie viele von denen sind männlich also direkt also direkt hier wüsste ich sonst eigentlich kein also meine Eltern sind relativ schnell nach meiner Geburt gestorben und ich hatte keine Geschwister aber Frau Gubino ich wollte noch mal aus eurem Mund hören weil es war alles so verrückt mir ist plötzlich ich habe Tag ein Tag aus habe ich eure Musik zugehört und dann plötzlich dann kam mir ist im Traum mein Vorfahre anscheinend erschienen und er hat mir irgendwas erzählt welcher Vorfahre wie sah er aus was hat er gesagt er beschreibt ihn so und er sieht halt genauso aus wie der Lars Samenström den du kannst was hat er gesagt verdammte Schwein er er wollte mich warnen vor ich sagte dass dass ihr verrückt seid und darauf aus seid irgendwie seine Nachfahren alle zu töten und ich hatte natürlich erst daran gezweifelt aber er war so er war so dominant mit seiner Stimme und dann bekam ich es wirklich mit der Angst zu tun er sagt sofort boom Badeklor man ich will wissen wie stark der ist das ist so ein schwächlicher weiß ich nicht so ein schwächlicher normaler Mensch der ist super schwach das ist ein ganz normaler Mensch dann greife ich ihm auf die Schultern ich schau ihm tief in die Augen meine Augen erleuchten rot auf nichts flüsst ihm nur entgegen du hättest auf ihn hören sollen ok fällt er natürlich ist das ein kritischer failure oder ist das nur ein fail warte ich hole kritischer failure ab sofort bist du mein Sklave immer und und ewig ok aber kombinoe das war ich schon sowieso in meinem herzen die ganze zeit boom du redest nur wenn ich sage dass du reden sollst auf die knie ich hole sofort mein seil raus um seinen hals herum fällt auf den boden so ein kleiner bisschen blut spritzt hallo stell dich vor was Theodor mein Name Theodor Samenström wie kann ich euch dienen oh Herr Samenström das jetzt mein neuer Sklave einer von vielen macht euch keine Gedanken was ich mit dem an stelle ok keiner tanzt ok aber kann ich kann ich zusehen vielleicht du isst ihm nicht leeren wenn ich auch sehe dass du ihm nur ein kleines Stück abbeißt dann ist es das letzte mal dass du jemals reingebissen hast Frau Gobi Neue ich darf ich zum Wort kommen der Sklave redet nur wenn ich sage dass der Sklave reden darf sprich ich 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 wollte euch zeigen dass ich ein treuer Fan bin und habe mich etwas erkundigt ich weiß dass ihr euch selbst nach diesem PSAPnet erkundigt habt und naja ich habe mich ein wenig umgehört ob es irgendwelche Neuigkeiten über ihn gibt ob ich irgendwas herausfinden kann ich habe gehört wie eines der Mitglieder dieses Kriegsherrenrats ein gewisser Pock mit Bloody Pike persönlich einer Gruppe von Soldaten sagte dass der Pallet Pinningle ab sofort für jeden gesperrt ist dem der Kriegsherrenrat nicht ausdrücklich den Zutritt gestattet hat und er sagte ihnen sie sollten eine Absperrung einrichten und die Zwillinge würden die Türen bewachen ich bin mir nicht sicher wie euer Plan aussieht aber es scheint ziemlich klar zu sein dass dieser Pock mit darauf aus ist PSAP nicht gefangen zu nehmen wenn nicht sogar dass er ihn komplett unschädlich macht vernichtet wenn ihr euch beeilt dann schafft ihr es vielleicht noch vor ihm dahin habt ihr das gehört der wollte mir gerade hier sagen was ich machen soll oder habe ich auch gehört soll ich eine Hand fressen ich habe es auch gehört Theodor hebt sie dann sage ich komm her man ich nehme einen stift packen so im gesicht man schreibe auf seine stirn go bin oes property man noch unterschrift man und dann sage ich ihm auf richtung hotel geht zum portier und wartest in der bude ja sofort so lange bis ich komme da sitzt du auf dem boden und wenn du kacken oder pissen musst dann kackst und pisse dich an ist mir scheißegal alles klar habt ihr gesehen was hat er jetzt alles gesagt zutreten ich zugehört ich war so wütend wer sprocknet ihr hättet ihn fragen können aber jetzt ist er weg ich dachte wir wissen was das alles bedeutet wieso haben wir keine intelligenten leute in unserer kenne ich war gerade am husten holen nochmal und fragen ist er schon 500 meter entfernt ich glaube nicht eben wenn du weich geschlagen hast und was wieder langsam klingt eine message 500 fuß wer ist prognet und wo sind die zwillinge ich sag ich komm zurück ok komm zurück darf eigentlich jedes mal würfeln ne bist du bewusst wenn ich immer neu aufge aber eigentlich ist ja aber das ist ein fucking level eins dem ist egal whatever wie kann ich helfen wie kann ich dienen er ist dieser prognet von dem du erzählt hast prognet ist naja das ist einer dieser grabritter vom rat der kriegsherren wieso ist der gegen besuppnet das weiß ich leider auch nicht woher hast du diese info naja hab ich aufgeschnappt ich hab das gehört wie er mit seinen bedienten seinen soldaten geredet hat wie bocknet mit seinen dienen geredet hat ja wo ist der untergebracht wo er untergebracht ist weiß ich nicht aber er war halt auf der straße mehr sind die zwillinge die den eingang bewahren sollen die zwillinge die kennt er nicht ja es handelt sich dabei um um drück 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 um timig und dakur das sind zwei zwei grabritter äh zwillinge die bewachen da jetzt die ja den eingang anscheinend und du sagtest wenn wir uns bei allen sind können wir vor wem dort sein vor der zwillinge nein vor vor poklet also poklet geht hin und die zwillinge sind schon dort das ist korrekt ja die haben die haben das komplette gebäude umstellt sogar der komplette block der stadt ist umstellt von poklets leuten ich weiß nicht was bis verbrochen hat dass die so auf ihn fixiert sind aber bis ab ist drin ja hast du sonst noch nützliche infos um reinzukommen ist ein geheimgang ein geheimgang ich meine ihr seid ja blutfürsten also wahrscheinlich wenn ihr überzeugend genug seid lassen die euch bestimmt durch gut schleicht ich du hast mir gar nichts zu sagen schleicht ich ja jawohl heilen wir uns ihr habt eh lang gerastet also ich denke ihr seid voll also beeilen ich hab verstanden heilen geht er geht er hin direkt oder mehr informationen brauchen wir wohl nicht und jetzt hat er ohnehin eine schwierige situation er wird er wird wohl offen sein für unsere Hilfe ihn dort rauszuholen ja das war's dran ich pfeife so man kommt zum Taxi Kutschef ist die Leni mittlerweile eigentlich da oder ja ok sollte da sein glaube ich sie hat schon mal was geschrieben im chat ok in game ist sie auch ja Kutsche ich müsste wahrscheinlich zu Fuß gehen vor allem weil das so umstellt ist ich stelfe durch die Gegend und kundschaft mal raus beruhige dich ich kenne so viele Senkgassen wo wir herumgehen können und zick zack wir gehen einfach durch diese Wohnung und dann sind wir direkt da kenne ich eine alte Frau die lässt uns bestimmt durch und wenn nicht dann schlagen hier ist die k.o. Habt ihr gemerkt dass ich da bin oder? Uff Ja ist zu jetzt ja vielleicht ist sie das ja die alte vor aber ja dann gehen wir zu dieser Tür ja ja ihr macht euch auf den Weg durch die Stadt zu diesem zu diesem Pallet Pinnacle doch unterwegs als ihr gerade so die Straßen entlang geht hört ihr plötzlich komische Geräusche und zwar hört ihr irgendwie so eine Art ja fast schon knurren irgendwie in eurer Nähe was macht ihr Achtung Straßenhunde das war Leon Schatz auf sein Bauch Nein habe ich sowas schon mal gehört klingt wie ein Hund klingt wie eine Katze sicher dass es Leon ist natürlich ok Wes erkennt das natürlich direkt es handelt sich hierbei natürlich unverwechselbar um sogenannte Afsiaka Stalker so ein bisschen Hyänen ähnliche ja Wölfe die eigentlich nichts in dieser Stadt zu tun haben und die scheinen relativ nah zu sein eventuell sogar um die nächste Ecke oder so was macht ihr Achtung Straßenhunde was fressen die vielleicht können wir sie ablehnen Wes der kennt ihr hast du Angst zum Verköttern raus also ich teile dir mit dass du dich kampfbereit machen sollst wir haben doch keine Zeit für solche Schleißhunde haben wir nicht gehen wir weiter für sowas haben wir keine Zeit das stimmt und wo kommen sie denn Wes und während ihr dich so unterhaltet das ist weil du nicht reden kannst Wes irgendwie immer viel länger Würfel für Initiative die scheinen nämlich relativ zielsicher auf euch drauf zu laufen ich hasse tiere zu viele kreise man zu viele kreise du viel zu viele kreise dann schreie dann schreie ich gleich den ersten der links unten den einzigen den ich sehe ich mag meine tiere heiß und fettig und der hat uhrangst auch oh gut du bist erst dran dann verwandle ich mich in eine lebende flamme und aktiviere meinen limbus die das eigentlich irgendwo living flamen oder ist das nur so dies wo ich das nicht als lebend angesehen hat nein das kann das steht es da weiß ich guck da ist mal eine tote flamme ist keine flamme wäre oder nein eine untote flamme die muss cool so eine türkisblaue nein das sind irgendeine chemischer stoffe die nicht flamme mach jetzt von und tu und mach hinein ist gut das ist nix gemacht oh der kann sogar warte warte der kann sogar der geht bis hier vorne hin dann zieh mich irgendwie so los und dann muss er seine ability slip between er ist nur noch hingegangen um anzug geben er muss eine jahre gehen so richtig weit kommt aber eh nicht er kommt eh nicht in rage ich hab's unterschätzt wie weit ihr weg seid aber okay das erste mal dass dieses tier versucht seine ability zu benutzen macht dann einen mailing strike in die luft und dann kommt er in meine dings und bekommt sieben feuerschaden plus sieben durch weakness aber erst wenn seine runde losgeht oder oder wenn er in meine ding trefft achso hat er 14 bekommen so aber der hier macht einen slip between teleportiert sich hierhin und greift dann alle an kriegt dann auch 14 schaden und dann also so auf offener straße von diesen wesern angegriffen werdet hört ihr plötzlich einen krassen kampfschrei und eine merkwürdige rothäutige person erscheint und eilt euch anscheinend zu Hilfe so jetzt darf die Leni auch Initiativen würfeln moment darauf war jetzt nicht vorbehalten ja ich habe gerade was gelesen ich bin ich bin auf meinem laptop der ist bisschen langsam jetzt habe jetzt darfst du ein ziel demoralisieren wähle ein gegner aus und drück auf dem moralis im chat schrei irgendwas gefährliches ist bei euch das spiel auch noch pausiert ok sorry ich muss rausfinden wie ich den gegner an wie sie mit meinem mouse pad rechtsklick alt links klick ah ja und woher macht man battlecry draufklicken auf dem moralis im chat nachdem dein ziel aus analysiert ist nice versuchst nur zu schreien aber ich huste einfach nur statt das ja du bist dran jetzt kommt dein normaler zug ok moment ich kann 30 feet laufen ich ich schade schade eine möglichkeit welches satten charge aktion zwei aktionen kostet das wollte ich nicht hingehen aber ich glaube der war innerhalb von 60 feet dann kann ich auf dem angreifen ich habe jetzt mein schwert wieder normal groß gemacht weil es wird ja nur groß wenn ich groß bin nein das ist doch die ganze groß naja aber ich habe dieses scheint sie ist nur groß wenn sie reicht ja ja aber die waffe ist ja trotzdem large sie ist nicht normal aber die wachst noch mit mir mit oder nicht das stand schon drinnen und was ist das problem ist die waffe von sich aus large oder ist sie normal und wird dann large wenn sie groß wird es ist doch ein ganz normales passt wird du hast sie doch eingestellt der platz ja was jetzt mal gemacht weil im text stand die waffe wächst mit mir nicht die waffe ist ja die waffe ist lager wenn du groß wird da wird sie noch größer die ist immer über größe richtig sagen bis denn hier haben sie wenn du sie in der hand hast jetzt musst du es ja nicht auf platz stellen und dann zwei hand machen oder ein handelst du willst also das hast du mit huge wenn ich das muss aber nicht ändern muss dann auf platz stellen und dann werden richtig vermischen ja okay du hast es gerade in einer hand ist das absicht oder ein zwei ja dann machst du weniger schaden weil das ist ein und drei der acht statt drei den zwölf das ist das trade sie könnte es auf zwei hand nehmen so aber die schock kriegt effekte kannst du es machen zehn feet range der blitzschaden geht auch auf ein anderes ziel und wie mache ich das einfach nur sagen okay dann halt dieser der gleich daneben steht der kriegt dann auch zwei schaden der schock der match geht dann auch auf bis zu zwei creatures in zehn feet ich weiß auch nicht was da unten ist das sehe ich nicht weiter abstand eine action hast du noch ja echt ich dachte das war okay das hat ein charge hat ich meine dass du den attack gleich drin hast okay ich bin fertig dann gehe ich in meine stanz tippe hier und vor du bist danke und habe eine frise die war schon dran vor mir aus der auch beides ja ich lehne 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 dieses Vieh läuft anscheinend einfach an dir vorbei. Wenn du möchtest, kannst du Attack of Opportunity machen. Ja. Ziele analysieren und straten. Ja, und wärst es einfach aus, als würde ich einen ganz normalen Schlag machen. Da kommt keine Penalty drauf, ne. Ja, interessiert ihn nicht. Er teleportiert nach vorne. Fängt erstmal an zu brennen. Greift dann aller Hammer. Wobei, ne, er greift Ugo, ne. Er sieht eine Flamme vor sich, ne. Und was hast du für eine Form? Okay, was heißt das für mich? Nein, wenn, also, wenn er bereit ist, eine Flamme zu beißen und dann natürlich auch der Konsequenz. Was soll das heißt? Kann ich dich nicht angreifen, oder was? Doch, schon, aber da kommt halt schon. Ist die Motivation eines Hyänen-Untotenviechs, nicht die, Fleisch zu fressen? Ja, okay. Oder Feuer. Aber Tiere haben doch natürliche Angst vor Feuer. Die schauen nicht mehr so natürlich aus. Das ist schon ziemlich tot aus, das Vieh. Was ist jetzt auf mich oder Wogun? Auf dich. Ich hätte es nicht getrunken. Läuft hier hoch. Und dann teleportiert es nach vorne. Ja, ich habe sie. Das ist wirklich schreiend, du. Was soll ich denn da noch was machen? Kräft Gubi nur an. Sheriff me! Boah, hoach. So, ich hätte mir gar keine Reikenschen mehr. Hmm, ich hab was in meiner Rüstung. Ne, wir haben ja irgendwie die Scheiße. Sorry. Ich habe sie. kack ich hab sie leon und schreien voll die angst wenn er neben mir steht und was anderes machen ich erzähle mit klopf klopf fängt an zu lachen wie die hirn bei könig der löwen eine jene zum lachen zu bringen du nackt mit plus 8 das ist ein dummer hier egal aber ich kann das sustainen genau wenn nicht dumme springt das beide oder wird das dann auf ok nur noch eine Action dann mache ich Inspire Courage warte ich mache Spire Courage gehen sie aus und schütteln ist das ein Fail ist das ein Fail oder ist das kein Fail äh stimmt ups das war falsch very hard äh das ist ein Fail traurig traurig 60 Fuß das heißt es geht sich nicht aus aber zuerst läuft noch einmal vor nein save me dann mache ich ihn huge nein ne jetzt ich dachte du kannst nur kleiner machen aua warte das du treibst nicht jetzt hier und dann mit einer Action ja das ist der ist der flat also nicht flat footage sondern auf guard der untere und alle haben oder müsste ich ganz links stehen oder eigentlich ich glaube es müsste eigentlich funktionieren Strich geht durch den durch recht probier's ich glaube oder musst du in die Mitte von ihm selber vom Rand oder nicht wenn er das so macht wird es gehen sehr sehr oh warte wen habe ich getroffen mit dem Viech das war Gubin, Noe und Allerham sie macht mir mal ein 42 save er passt er passt er passt ok ja Purgatora ist mit mir 2 leist Gubin, Noe fühlt sich sehr sehr schwach ich steck's neues fertig so der wurde geschlagen von ja dieser unbekannten tieflings Elfenfrau anscheinend deswegen probiert er sich zu wehren ist doch nicht unbekannt ich kenne dir erst bald das geht 3 das ist wirklich Stil ey was du ey darf ich jetzt freiwillig sterben und dort mit Baldur es geht 3 Charakter wiederkommen ja muss aber untot sein also kannst du nur Astarion spielen ja wo ist denn hier stimmt kannst du auch lebendig sterben he 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 ich bin nicht ich bin nicht jetzt dran nein nein verfehlt probier dich dann mit seinen Klauen zu treffen schafft er du kriegst 27 damage und damit nutzt er seine Action und damit nutzt er seine Action und ah ne das ist 2 Consecutive Strikes ok nevermind nevermind dann probiert er noch im letztes Mal anzugreifen jetzt ist West dran jetzt ist West dran ich glaub von meinem Stab nach 3 mal auf dem den Tun zu erwecken ich versteh gar nichts gerade irgendwie hallo besser ja ja also ich glaub von meinem Niko muss bei deinem Mund sein ich hab's im Mund drinne nice na wirklich jetzt also ich klopf mit meinem Stab 3 mal auf den Bogen und weg mit dem Bogen und und das Skelett Arme aus dem Bogen und schlagen diesen hier einfach so in den Magen von unten und bei einem Failure haben die ein Penalty to Speed für eine Runde teleportieren sich eh nur teleportieren sich eh nur true eine Action hast du noch? komm mach dein Schild ja ich hab's grad gesucht oh Goon ich lege meine Hand auf den Bogen ich bin ja eine brennende Flamme ein bisschen Feuer geht auf den Boden und plötzlich beginnt der Boden zu vibrieren treffe ich alle drei treffe ich alle drei treffe ich alle drei und allerhaben und alle hier in diesem 10 Foot Burst werden plötzlich von der Vibration des Bodens erfasst und machen einen 42 safe er könnte es auch außerhalb von allerhaben machen oder? er könnte er könnte und bekommen dann diesen Schaden Alaham steht da aber wie ein Fels in der Pranormund macht ihm nix aus dann sustaine ich meine Flamme und darf mich dann noch bewegen und ich fliege etwas nach vorne genau hier dazwischen ne warte mal hier hin der steht in deiner Aura ja ja und äh teleportiert sich ne zurück der steht nicht in meiner Aura der steht nicht in meiner Aura die Aura ist deaktiviert weil das ein Overflow Effekt ist Jesus ok ist das eine Manipulate Action sein Teleport na nope I love aber es teleportiert sich into ein Occupied Space also auf den Charakter drauf da ist unoccupied das stimmt sogar ich dachte da steht unoccupied das heißt doch slip between also wahrscheinlich ja gut ja gut occupied heißt wahrscheinlich also du musst halt quasi wen damit angreifen du kannst jetzt nicht einfach rum teleportieren ohne anzugreifen oder? also würde ich jetzt so lesen wenn er so large ist dass medium creatures sozusagen in ihm drin stecken können vielleicht auch weil er so dünne Haksen hat und so aber es ist jetzt nicht ruhig jedenfalls teleportiert er sich dahin du machst einen Strike warte warte ist es ne Move Action? nein ist es nicht Scheiße du nimmst Schaden und machst einen Fortitude Safe äh ich hab so viele Sachen die ich da aushöhlen kann vom Fortitude Safe Advanced Undead Benefits wirds nichts sein oder? wo ist das Poison? äh äh also nochmal Posted ist sie automatisch ausgewählt worden ja aber ich hab nicht klicken können ich mach einen Nackerten aus meinem Sheet also gegen die Seas also nochmal Post ja wenn das Posted ok ok boah jetzt geht's aber das ist mir glaub ich eh gewischt und dann haut er nochmal mit seiner Klaue zu verfehlt oh was zum Teufel die dritte Zahl hat er mich gemacht alter plötzlich überall alles voller Blut alter ja der fängt an mit seiner Klaue auf alle harm zu hohen der fährt natürlich direkt dann trifft er und verfehlt wieder und verfehlt wieder Raje Raje das rothäutige Wesen vor euch fängt plötzlich an zu schreien rastet richtig aus und wächst wie wächst es wird ultra groß man schreit Barbara wirklich raus ich wusste nicht vielleicht ist es ja eine stille Raseweil man weiß es nicht man kann so brennen wie Kader wie ist das so ja das ist schön ja das ist schön das ist immer noch nicht tot das ist immer noch nicht tot ach egal ich hab einfach das doppelt auf ihn geschlagen weil ich so wütend war stell euch einfach vor ich hab umgeschrieben kein ahnung 0815 Barbado für 0815 Barbado aber schreit sie nur oder schreit sie im ort nein sie schreit einfach nur fällt nichts an weil sie so wütend ist ich habe meinen eigenen namen geschrieben keiner reagiert und vor euch wächst plötzlich so teufels ähnliches wesen übelst groß haut dieses viel mit zwei heben fast instant ko so mächtig wir haben schon viel gesehen auf dieser welt eigentlich bin ich jetzt von den zwei hier flenkt oder nicht oder geht es nicht ganz aus dann werde ich machen ein wo ist track ich glaube ich es ist und ist und für dich ein adversaries ich will für beide aber extra ja so los 1 auf den zweiten tag oder sweep trade hast aber es wird wahrscheinlich trotzdem Ich bin ganz kurz aufgehaunt, hol mir mal so'n Lutschbonbon. Dauer den Gewalt, bis du dran bist. Der Lutsch ja eh. So, dann eins, zwei, ja, passt. Perfekt, danke. Alarm dreht sich und die Maden fliegen aus dem Kopf. Ich glaub, dich schwitzt, aber es ist nur Maden. Jo, greift Alarm an. Fehlt. Oh, ich hab, ne. Okay, es ist, es trifft dich. Ich hab offensichtlich auf den Map gedrückt. Kriegst du 33 Damage? Lief dich auch wieder vor den Stu? Äh, ne, das ist die Klaue, die hat einen anderen Effekt. Achso. Dann verfehlt er dich richtig krass. Und dann krüttel du. Okay. Gubinoe. 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 Ja gut, dass keiner hilft. Und Gubinoe wird nochmal getroffen. Und dann kann das Vieh, weil es dich schon zweimal getroffen hat mit der Klaue, Rant benutzen, um dich ein weiteres Mal zu treffen. Ah, das ist OP. Ich hasse meine Leute hier. Kratzt, er kratzt auf Gubinoe rum, wie eine Katze am Kratzbaum, Mann. Find ich nicht okay. Gubinoe, was ist da los? Immer kümmerst du dich um deine Freunde, heilst sie. Aber niemand heilt dich. Was ist da los? Oh, ich fliege in die Luft halt. Ich will, dass sie sich in die Luft teleportieren. Theoretisch, ne? Ciao. Ich hasse euch alle. Leon. Noel greift sich auf sein Medaillon, das eine Mini-Version von Noel darstellt, knapp über seinem Herz. Und es erscheinen plötzlich urviele Versionen Doppelgänger von Noel, die in alle Richtungen laufen. und 25 Feet um ihn herum, das heißt die drei Hyänen, nicht die vier rechts unten, niedertrampeln. Aber um freundliche Charaktere ausweichen. das heißt alle diese drei Hyänen, nur die rechts unten bei Leon nicht, die machen einen Basic Reflex Safe. Kriegen diesen Bludgeoning Damage. Über Crit Fail werden sie prone. Egal, ich habe seine Natural 20s rausgeholt. Jetzt wird alles besser. Ja. Danke. Und mit der letzten Action. Booste ich Noel, der dann mit verstärktem Schlag zubaut. Das Vieh bekommt es langsam mit der Angst zu tun und versucht vor dir wegzulaufen. Ja. Und dann kann ich ja Tackle for Opportunity, oder? Ja. Richtig. Ich muss nicht pausen. Achso. Wir checken nicht, was es ist. Rangreifen. Achso. Schade. Da fehlt. Was, rennt der jetzt einfach weg? Achso. Ja. Ich muss eigentlich gar nicht auf Damage drücken, wenn das eh gemisst hat, oder? Ja. Richtig. Ja, der dritte Natural 20. Jetzt wird es langsam leer in seinem... Ja, er ist verbrannt nochmal, wie lustig. Ja. Durch deine Feuerruhne ist er eben weggerannt, ist er noch verbrannt. Entfernt das Hyänen Geheule, die Jaule. Episch. Und Barbara steht da und tut so, als hätte sie das gewusst und kalkuliert, dass das Hyänen verbrannt. Ist das so? Alles für die Show. Ja. Ist das wirklich so? Ja. Barbara, die Barbarin. Das schreie ich jetzt immer, wenn ich gewinne. Also ich sehe da Allah, was im Schwerf ist. Und... Heidi. Gesteubert. Fleisch vom Boden kriecht über meine Beine wieder zu. Ich spüre mich im Platz. Schade. Dann hat er wieder mehr AP. Wir alle haben oder das? Von mir? Spiele ich meine Elemente? Spiele ich meine Elemente? Nee. Spiele ich hier? Bald ist G3. Nee. Solo, oder was? Und beim Channel... Nee. Doch. Solo, oder was? Darf ich noch einen Elemental Plast machen? Ähm... Ja, mache ich auf den neben mir. Aber... Ich mache das als Verwandel meinen Elemental Plast in einer Peitsche. Treffe auch. Für 17 Feuer Damage. Mit der Weakness noch. Hm. Dann... Jo. Sustaine ich meine Flamme. Aber vorher schlage ich nochmal auf den neben mir. Und fliege... Und fliege... Hier hin. So, jetzt bekommen sie ja wieder Feuerschein in meiner Augen. Ja. Es ist schon schön, ne? Er... Er... Er schlägt richtig, Karte. Hahaha... Wenn die Läning meint, ich werde zu leid sein, ich will das jetzt testen, und es ist jetzt direkt in meiner Mundbremde... Ja, es ist ein bisschen was sich jetzt. Lecker! Aber wollen wir das hören, ist die Frage. Leitbar als in der Zumindest wenn du dran bist, kannst du sehr dran halten Ciao So und natürlich trifft er dann mit seinem Rent noch ein weiteres Mal Du kriegst nochmal 29 Damage Ich hab gedacht ich vernichten wie wir schnell und weiter gehts, aber irgendwie... Da Gibt halt kein Teamplay, Junge, deswegen Ja, du bist der Heiler Ja, wie soll ich einen Gegner nehmen, hier steht man, geht halt nicht Wenn mir keiner hilft, dann... Ambeer hat der Zekka von mir Wenn du weggeflogen bist, dann hätte er dich ja auch treffen können Aber keine Zekka von mir, natürlich, jetzt wird es einfach Da kannst du auch heilen Er trifft Allaham Allaham, du machst Ja, bringt auch nichts, oder? Ich selber heile Einen Forti, du zähl Okay Wie viele Leute haben hier Nein, mit dir Und dann klaut er dich nochmal Das war was Hat er auch 7 Feuerdamage bekommen? 14 Zeugt Ich play mir das Team, und dann werden wir... So Barbara Vielleicht solltest du dich... Nein, nein, nein Hast du es gesehen? Jo Jo Ah, ich kann das 2 mal drücken Okay, okay Warte mal Das war geil Das war geil Noch, nochmal, ich hab dich gesehen so Und jetzt Barbara strike auf den vor mir und oha, er ist immer noch nicht tot, doch? Doch. Okay, nice. Du kommst plötzlich angecharged, so, keine Ahnung, ultra speedy und haust dir direkt kaputt. Ganz genau. Der einer ist aber nicht neben mir, oder? Doch, du bist groß, du bist in Redfield. Er ist in deiner Reichweite, weil du groß bist, ja, du hast sehr viel Geld. Und dann kommt noch ein Barbara strike auf den drauf. Willst du mich verarschen? Huah. Jetzt habt ihr mich mal von nahem erlebt. Sagst du ihnen das? Sagst du ihnen das? Beeindruckt. Ja. Alaham, vor dir steht eine massive Frau, die, die Dinger sowas von Haut, davon kannst du nur träumen. Katrin würde, ihr hätte das gefallen. Nein. Gute nahe. Und zack. Aaaaah. Jetzt aber, der 20. Jawoll. Stirb. Es ist okay. Du probierst es, immerhin. Ja. Ja. Wes haben wir noch gar nicht angegriffen heute. Wird auch mal Zeit. Wes fliegt. Nee. Nicht Wesley, sondern Wes. Der andere Wes, ja. Jawoll. Da ist einmal 32 Damage. Au. Wieso müssen die eigentlich nie Dingsen rollen? Dings rollen, du. Weil es eine unterschiedliche Waffe ist. Dann nochmal 33 Damage. Jetzt will er Rant machen. Aber das, das will die Barbara noch nicht. Und dann nochmal 33 Damage. Ist ja unverletzt. Kubinue, die gerade über euch fliegt. Tja. Leon schreit die ganze Zeit. Kubinue, wieso hältst du nicht? Ich spuck von oben auf deinen Kopf. Kannst du hier keine 15 Feet spucken? Natürlich. Aber ist ja auch 25 Fuß der Luft. Eine Spucke, die schwebt und fliegt auch. Fliegt. Vom Winde verweht. Auf allerhand. Hat Wind still. Aber es regnet. Ich hasse dich. Dann schwebe ich. Dann fliege ich. Eigentlich will ich das alles gar nicht verschwenden. Auf solche lächerlichen Kreaturen leider. Jetzt ist es einfach nur peinlich. Jetzt ist es wirklich peinlich. Die das alles nicht machen. Aber ich mache es trotzdem. Sturzflug. So wie heilig dich. Sturzflug. Mit meinem Knie. Mit meinem Hinterkopf. Allerham. Bam. Heilig dich. Perfekt. Ich denke. Alter. Ist da mit einem Kniemann. Denk ich hier. Und ist wieder auf der richtigen Stelle. Und dann. Boom. Da ist noch los. Ich weiß es so genau. Da muss er halt weggehen. Als Fancamp. Das ist mir egal. Und da kommt Noel dran. Das Knie in die Eier. Ich spüre nicht. Ein Moskito-Bite. Das gefällt ihm. Das gefällt ihm sehr. Ja. Aber das ist der rechte Testikel. Ein bisschen zur Seite. Auf. Hier. Immun. Ja. Immun. Muss er einen fragen. Und dann. Ich schwebe aber. Wie hoch schwebe ich? Wie hoch ist er? Noel? 15 Fuß oder was? Ich weiß nicht ob das ihm versteht. War ich huge. Ich schwebe ich jetzt so über dir. Ich habe noch eine Action. Mit der singe ich euch. Ein großartiges Lied. Und zwar von Eierpunsch. Eierpunsch ist so schön. Haut drauf. Wir gucken das so. Was ist das? Boom, boom, boom. Zack, zack, zack. Das ist ein normaler Success. Also plus zwei. Zum Tag. Das war's. Das war's. Noel läuft vor. Die klatschen sich beieinander ab. Läuft unter den Beinen durch. Durch Knowles Beine durch. Er läuft nach vor. Und schlägt im Lauf mit der Faust auf die Hähnen unten. Einmal mit zweimal und mit der dritten. Er hätte es eigentlich auch vorher machen können. Er pustet Leon den Null. Mit dem Flügel auf den oberen. Mit dem Flügel auf den oberen. Beau ist ein darunter. Jetzt wird die Maus noch schnell verletzt. Das ist ja so. Das News auf die Wink. Und das ist ja noch Entschuldigung. Und das ist ja so. Aber die haben die uns nicht hierheriert. Die warst du auf dem vor mir. Booyah. Das war ja wieder fast ne Natural 20. Ich hab das jetzt auch Spell 8. Spell Level 8, ne? Was du vorhin auch schon mal einen Spell Level 8-Infekt gemacht hast, ne? Was meinst du? Das ist schon ein 8er Spell Level, oder? Vorhin hat er Level 7 verweinert jetzt 8. Zumindest ist das so eingetragen. Da bin ich. Dann sustaine ich meine Flamme. Fliege... hier oben hin. Vorwes. Dann mach ich wieder ein Erdbeben. Schade. Und das war's. Jetzt meine Aura endet damit wieder. Ich bin hier oben hin zu. Ich bin hier oben hin. Sie hat mir dabei ein Ohr. Ich habe mich als ein Ziel gefällt. Dann nan... Ich bin hier oben hin. Ich bin hier oben hin. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben hin. Ich bin hier oben. Ja, ich bin hier oben draußen. Teleportiert sich hier oben hin. Die Kräfte ist an. 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 Wie ist es, Mann? Ich weiß alles, was du übert. Oh, Gun, Gobi, Noe und Lea. Ihr könnt euch vorstellen, oder ihr wisst Bescheid, dass es in der Stadt schon mal irgendwo genauso gerochen hat, so ähnlich. Und ihr erinnert euch an so eine verlassene Gerberei, wo ihr vielleicht mal vorbeigekommen seid oder ihr habt Gerüchte davon gehört, dass es so etwas gibt. Ihr wisst, dass die wahrscheinlich von dieser Gerberei dann anscheinend kommen, wenn die danach riechen. Ich will mal wieder 40 Minuten lang wirklich ins Café gehen. dreimal High in ein Fokus zu. Wie lange dauert Runen wechseln? Daut es einen Tag? Ja. Schade. Halt auf, Mann, die Ohne allerhand fiebelst du auch nicht mehr. Das ging nicht so lange. Deswegen kann ich es auch wegmachen. 40 Minuten später. Wieso wechselt einfach? So kommt eigentlich die Sonne so mitten in der Nacht raus, Mann. Irgendwas ist hier faul, Leute. Das ist der Mond, Mann. Das dachte ich dir war. Klar ist das der Mond. Leon kostet mal die Hyäne. Hast du das nicht gerochen? Schmeckt richtig ekelhaft, verdorben und ein bisschen metallisch. also also hier, wie ist sein Name nochmal? Ich bin Barbara, die Barbarin. Huah. Und ich flexe meine Muskeln vor euch. Was ist seine Barbarin? Eine starke Person, wie man sehen kann. Okay. Und was hat ihr für ein kleines, mächtiges Ding? Was? Ihr kennt mich nicht? Würfelt doch mal ein bisschen. Würfelt doch einmal Society. That one, bitte. Würfelt. Uff, ja. Oh, ja. Feuer, klar. Feuer. Komplett. Komplett unkultiviert. Aber es ist mir nicht. Du bist zwar keine NPC, aber Zähler reicht. Also ein Barbarer, eine Barbarin, Das muss NPC eigentlich sein. Ganz knapp. Ganz knapp. NPC Intellekt. Na, dann kennt ihr mich schon. Hab ich das von ihr schon gehört? Oder nicht? Ganz knapp. Du hast den Namen mal irgendwie aufgeschnappt. Ach so. Ja, wie heißt der nochmal? Gafunkel, Gubi, Gabi, keine Ahnung. Ja. Wo bin ich nur? Ah ja, ja, ja. Naja, ist nicht mein Fall. Naja, das ist der, eure Meinung wird sich ändern, wenn wir Leute abschlachten. Ihr hört meine Musik und die motiviert euch bis zum Augenblick. Leute abschlachten, da bin ich auf jeden Fall dabei. Also Leute abschlachten, da fährt meine Musik halt auch am besten rein. Was meint ihr dazu? Sollten uns eigentlich beeilen. Wir haben jetzt schon 40 Minuten. Wir haben keine Zeit. Ich hab alle geheilt, man. Einmal fokusspältig. 40 Minuten. Redet beim Gehen. Weiter geht's. Ich kann aber nicht heilen und fokussieren beim Gehen. Ich trage dich. Achso. Dann geht allem um mich herum, wenn ihr auch geheilt werden wollt. Ich stelle für wieder vor. Was macht ihr? Seid ihr eigentlich eine Blutkristin Barbara, die Barbarin? Was ist das? Glauben nicht. Tja. Untot, oder? Das geht euch gar nichts an. Okay. Rieche mal, ob sie untot ist. Was habt ihr jetzt davon? Sie riecht nach Blut. Mhm. Ich denke schon. Sie riecht blutig. Von Pia, oder was? Naja, ich meine, sie ist buchstäblich in Blut getränkt. Ich dachte, sie ist einfach rot. Nein, also... Ja, nein, ich bin auch so rot. Ich dachte, sie ist wie auf dem Bild. Sie hat gerade drei Viecher gekillt und das Blut ist auf sie gespritzt. Deswegen riecht sie nach Blut. Toll, Leon. Ich glaube trotzdem, dass sie untot ist mit meinem Natural 20 auf 100. Oh, verdammte Scheiße. Und was ist das hier für ein kleines Kerlchen, der hier so um uns herum tanzt? Denn Leon, merkt ihr das? Wenn du gutes Fleisch hast, bring es mir. Das ist ein Teenager. Gutes Fleisch? Nein, das brauche ich für mich selber. Ich liebe Fleisch. Ich esse alles Fleisch, was ich sehe. Hast du schon mal von Capriere gehört? Capriere? Nein, wer ist das? Wir müssen uns unterhalten. Keine Zeit, Leon. Auf dem Weg zu Pellet Pinnacle erzähle ich ja alles von meinem Gott und Erlöser Capriere. Und Allaham erzählt von seinem Gott und dem Erlöser Urgathua. Oder Allaham. Komm, Loha auf. Urgathua. Er hat sicher nicht Gönnchenloh. Komm. Nein, ich habe keine Urgathua-Loha. Dafür habe ich Gott. Dann hast du schon verloren. Nein, ich mache Religion, man. Ich mache einfach Religion. 20er Rolle. Äh... Ui... Knapp. Du bist gar nicht religiös. Alaham. Ich habe nicht mal Katrin ist religiös. Ich glaube es ist selbe. All. Kurze Frage. Ich habe Angazan genommen als Gott, weil der so chaotic evil hat und weil der halt irgendwie mächtig ist. Macht das Sinn für mich? Kennt ihr da den irgendwie? Das ist der Gott Apes of Ares of Concern Apes Jungle. Angel. Ja, im letzten Jahr hat er so Raw Power, he's skill enough with weapons but prefers to use his own abilities, his powerful fists, meeple fangs, So und dann dachte ich halt, das ist vielleicht ganz cool. Scheiß auf Götter, du bist ein Baba, aber her kannst du nehmen. Du wusstst, als Edict, you test yourself against nature. Das waren auch alles Viecher. Sehr gut. Nur wenn du eine Blume siehst, trittst du rauf, mann, jede Biene, der Stamm, der Wund. Nein, das ist wieder zuerst, der Stamm war alles. Oh, ist ja okay. Fällt mir. Das ist mein Gott, Leon. Das ist mein Gott, Leon. Tschüss. Noch nie gehört. Ja, die Kleinen gab es dann auch. Nein, ist ja auch egal, es geht nur um die Stärke. Auf, dann lass uns ein bisschen die Natur abschlachten. Also wenn jemand stärker ist als ihr, würdet ihr euch ihm unterwerfen? Ist das so? Möglicherweise. Aber bisher habe ich noch nicht viele getroffen. Ihr werdet eine gute Dienerin, Woody. Denn Woody ist mächtiger als ihr. Dieser Woody soll mächtig sein. Das muss ich selber sehen. Das ist das, ja, ihr solltet auf jeden Fall mal gegen ihn kämpfen. Das versteht ihr eigentlich unter mich? Ich werde gewinnen. Ich möchte... Ja, davon gehe ich aus. Mächtige Leute sind Leute, die stark sind und kämpfen, gewinnen. Aber auch hinterhältige Leute, wenn die gewähren, sind die auch stark? Nein, reine Muskelkraft. Achso. Das ist das einzig Wichtige. Reine Muskelkraft ist was für Idioten. Alarm ist kräftig. Ich habe nicht gesagt, wie sie gut sind. Du siehst einen messerscharfen Verstand und einen blitzschnellen Bock. Zauber, Magie. Momentan ja nicht. Muskeln und Schwerter. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Sehr gut. Da habt ihr so recht. Und da wisst ihr, wie man das am besten ausnützt, wenn man immer ganz vorne steht im Kampf. Als Erster. Auch wenn fünf Gegner sind. Immer ganz vorne stehen. Ja. Auf geht's. Und ich weiß, wo ganz viele Gegner sind. Und auf geht's weiter. Ich mach dich schnell und du kannst dich im Kreis drehen zehnmal. Als Alarm. Ja, aber nicht so fest die ganzen Gegner. Tatsche hinten. Ich lass mich nicht von irgendjemanden zu werfen. Tatsche Alarm hinten auf den Rücken und sage, mach sie fertig. Gebe dir guidance später. Ich sage, so viel Zeit muss sein. Das ist gerne Challenge. Macht Armdrücken, lass uns kämpfen. Dann wirst du die Hierarchie klarstellen. Was du was wirst, was du willst, was du willst. Was du Kampf ist. Das ist meine Wahlspiel. Dance Battle. Das kann ich auch. Das ist eine deiner Welt. Du kannst tanzen. Zeig dir sie ihm lieber nicht. Das kennt ihr euch. Schlecht für eure Auge. Ey, ich hab Angst, dass ich das. Mach jemand eine performance. Fucking Master. Scheiße, Mann. Okay, ich bin beeindruckt. Wow, unglaublich. Das ist, wenn man Leute, die kämpfen, und die spüren dann, wie sich der andere fühlt im Kampf, wie sich die Schwerter clashen. Bei uns ist es so, Tanzmann, ich kenne dich jetzt. Wir sollten mal zusammen tanzen. Boah, ich hab gedacht. Stimmt gut aus. Sehr gut, sehr gut. Ihr müsst wissen, ich bin sehr berühmt, wie ihr schon gemerkt habt. Ich brauche immer Tänzer. Und diesmal, vielleicht werdet ihr nicht mal meine Backup-Tänzerin, sondern ihr tanzt neben mir, so wie ihr tanzt. Das lässt sich vereinbaren. Aber zuerst möchte ich mit Allaham hier andrücken. Er hat bloß eins wegen Guidance. Peinlich. Das ist unfair. Athletics, oder? Das ist unfair. Athletics. Na dann. Warte, ich gebe dir auch Guidance. Komm ran. Hier, ich gebe dir auch. Hier. Athletic Projectile. Sorry. Hier. Jetzt hat sie 35 jetzt. Das ist zivilkeine Hilfe, Mann. Aber dann ist es eigentlich nur fair. Das ist nämlich unfair. Pass doch immer. Der Gegner hat er das auch. Eben. Ich muss alle Ressourcen. Ich hab's ja alle nicht mitbekommen. Aber jetzt hast du zweimal. Dann soll ich zweimal würfeln. Das ist ja unfair. Das ist kein Advantage. Mach doch nochmal. Oh. Und ich war heute fertig. Ich bin fertig. Das muss ich nicht auf mir sitzen. Wenn's drauf ankommt. Schlag ihn. Das ist schon zu spät. Was? Alter. Ihr habt verloren. Ihr könnt ihr euch. Lass uns kämpfen. Ich muss meine Ehre wieder herstellen. Du schlechte Verliererin. Wir können später kämpfen. Was für später? Ich will jetzt gleich kämpfen. Wir müssen. Ja, wir werden jetzt auch gleich kämpfen. Wie heute seid ihr. Ihr seid ein Schwächling bist. Morgen könnt ihr wieder. Von so einem kleinen, schrumpeligen. Typen hier unterjochen. Sicher nicht. Er hatte Glück. Krass. Klar, das werden wir morgen nochmal testen. Auf jeden Fall. Noel, schnapp dich am Schlafittchen. Gehen wir. So, warte mal. Es ist gegen den Flattix DC, glaube ich. Nein, Fortitude DC. Ich bin aber nicht. Also ich bin nicht flatfooted, nur weil er da steht, oder? Nein. Nein, du hast eine 40. Dann schaffst du es nicht, weil sie 40 hat. Prost dich. Er hätte versucht, dich am Schlafittchen zu schnappen, aber gut, hat nicht funktioniert. Ich schlag mir so eine Hand weg. Ich war bei einer Wrestlerin, du ey. Das stimmt, ey. Wenn du die kreppelst, Mann, dann bist du gefickt, Junge. Meine Wrestler-Instinkte haben mich geschützt. Krass. Auf geht's. Ich weiß, wir wissen, wo ihr wrestlen könnt und morden könnt, so viel ihr wollt. Das hört man gerne. Ihr könnt doch mal zu meiner Wrestlingshow kommen. Ich bin Barbara, die Barbarin. Das haben wir schon öfters gehört. Ich bin Gopi, no Eddie's hängerin. Also eine professionelle Wrestler, dann verliere gegen Allaham, ja. Ist das, also, wir müssen jetzt unterscheiden. Das ist doch alles fake. Halt, stopp. Wir müssen unterscheiden. Wrestling, wie so ein Wrestling am Büro, oder so ein Wrestling, so die Wrestling-Show. Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Scheinlich eine Show. Ah, es gibt Wrestling-Shows und dann gibt es noch Untergrund-Wrestling. Da geht es richtig zur Sache. Das meine ich nicht. Es gibt Wrestling als olympische, als gebanische Sportart. Kennt ihr das nicht? Richtiges Wrestling. Für mich gibt es die Show und das Untergrund-Wrestling. Mehr gibt es nicht zu Recht. Wir reden, dass Wrestling, während unser Ziel uns vielleicht aus den Lappen kommt, verschwindet. Wir müssen uns beeilen. Wir sind doch am Weg. Wir reden, am Gehen. Aber ich glaube, ihr versteht nicht ganz. Das Wrestling, das ist nicht so wie diese Showsportart, die ihr hier so betreibt. Das ist ja eh nur Scherz hier. Ich habe den nicht richtig zugeschlagen. Das hat man noch gesehen, ja? Nein, ich meine, so richtiges Wrestling. Wo man sich so am Boden so hin und her wälzt, man. Und die nackten Körper, die schwitzenden Körper aneinander reiben. Ja, das verstehe ich ja ein bisschen was anderes darunter, aber okay. Das verstehe ich jetzt nicht ganz okay. Wie kann man das jetzt nicht so verstehen? Ich weiß nicht. Anscheinend seid ihr noch sehr unschuldig. Ich möchte euch nicht verletzen. Wie alt seid ihr? 26. Und ihr? Ich meine, die wir gestorben seid oder dem ihr aufgemacht habt. Als ich gestorben bin. Ja, und wie alt seid ihr schon untot? Das weiß ich nicht ganz genau. Wer weiß das schon. Mein Leben besteht nur aus Wrestling. Dann lass ich erzählen wahrscheinlich. Wie viele Higene liegen hier? Drei. Okay. Seht ihr. Auf geht's. Weiterer intelligenter Mitstreiter. Let's go. Ihr werdet euch großartig mit Udi verstehen. Nur die Muskeln zählen. Wer braucht schon Intelligenz in dieser Welt? Ja, aber so schnelle Leute können stärker sein als es muskulöse Tau ist. Das stimmt nicht. Schnelle Leute? Nein. Muskulöse Leute sind am muskulösten. Aber wenn jemand schnell ist und euch wieder sticht zehnmal und ihr könnt nicht reagieren, ist der da nicht stärker? Ach, das passiert nicht, weil ich am stärksten bin. Ja, aber das hat nichts mit Stärke zu tun. Sie magisch. Sie ist richtig, richtig, richtig nett. Und ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben. Also lasst uns aufbrechen. Ihr geht nach vorne und schlachtet alle ab, wenn wir das sagen. Ja, aber nicht sofort drauf schlagen. Doch, ich schlag sofort drauf, wenn ich Gegner sehe. Ja, aber woher wollt ihr wissen? Ich muss einfach... Ich sehe das schon. Das glaube ich nicht, aber okay. Ich glaube, es ist auf jeden Fall... Ob das jetzt stimmt, oder nicht? ...gehen schon so lange und ihr redet zu viel. Ihr habt angefangen zu reden. ...Ugun sieht so ganz weit entfernt auch irgendeinen alten, unschuldigen Mann einfach so in der Ecke liegen. Blut überströmt. Was macht der? Der liegt nur in der Ecke, hat Angst. Blut überströmt, hat er gesagt. Eine Nase so richtig blutig eingeschlagen. Wart ihr das, Barbara? Sollte sie das gewesen sein? Sie war auch die ganze Zeit bei uns. Da war ein Gegner, den ich nicht getötet habe. Schade. Was für eine Verschwendung. Naja, er lebt noch. Ihr könnt ihn noch töten. Richtig. Ich wollte dir gerade fragen, wieso tötet der eigentlich einen Gegner? Das macht doch gar keinen Spaß. Ihr tötet ihr nicht einfach jeden. Das verstehe ich nicht. Ja, wollt ihr mein Gegner sein? Wie alle? Oder was bin ich jetzt? Ihr habt doch eben schon verloren, Barbara. Richtig. Ach, ein Dance-Battle. Anfänger-Glück. Ich wollte nicht... Ein Dance-Battle unter dem Arm drücken. Ihr habt alles verloren, was es zu verlieren gab. Dance-Battle? Äh, ja. Darf ich doch nur wollen, oder nicht? Nee. Achso, um einen Punkt stimmt. Ja, mein Gott. Ja, nix, mein Gott, ja. Dein Gott vielleicht, ja. Naja, Rubinoa und ich wollen ja zusammen auftreten. Das war eine... Dann kriegt ihr auch zwei Prozent vom Gewinn. Was wollt ihr jetzt von mir? Zwei Prozent vom Gewinn, dann bekommt ihr auch nur zwei Prozent der Arbeit von mir. Was für eine Arbeit von mir? Aber wie viel sind zwei Prozent von 50? Hm. 55. Aber es wird schon wenig sein. Was? Ihr kriegt mehr, dann. Steht ihr das nicht? Hört auf, mich mit euren Maxefragen zu belästigen. Ich bin hier da, um stark zu sein. Dann geht jetzt rein dort. Vorne geht rein. Was machen wir mit diesem Opa hier? Achso. Ihr fragt ihn halt. Keine Ahnung. Gehen wir weiter. Wo soll ich überhaupt reingehen? Wartet doch mal hier, Ogun. Was würde euer Meister tun? Würde der nicht jeden ansprechen, den er sieht? Mein Meister. Was würde Meister tun? Ihr Meister würde doch jeden, der auf der Straße sieht, ansprechen. Ich... Ihr habt vielleicht recht, ja. Ey, ihr da. Ich bin's. Ihr habt sicher schon von mir gehört. Ich bin Ogun. Er schreckt plötzlich auf. Sieht so ein komisches Feuerwesen neben dich. Ist direkt schon erschrocken. Aber guckt dann hinter dich. Sieht Barbara. Er steht auf und rennt. Er rennt so schnell, er kann. Also wart ihr es wirklich, Barbara. Ihr verprügelt unschuldige alte Menschen auf der Straße. Ihr gefällt mir. Ihr gefällt mir. Wenn wir es verdient haben. Das hat er denn getan. Ich diskriminiere mich. Er hat mich komisch angesprochen. Und ich wäre ein Feuerball hinterher. Ach, das ist aber praktisch. What the fuck. Okay. Der arme alte Mann verbrennt. Lodert. Der zerfällt zur Asche. Schreit. Deon, isst die Beweise schnell. Schmecken nicht gut. Aber wieso denn? Das ist ein schönes Grillaroma. Nein. Frisst jeden Scheiß. Und jetzt frisst er das nicht. Dich ist nicht verlassung, glaube ich. Ich benutze meine kinetische Energie, um den Stein des Bodens hervorzuheben und ihn darunter zu begraben. Das ist praktisch. Kannst du das? Ja. Großartig. Ich bin ein Bändermann. Hallo. Ich kenne alles. Wann sind wir denn endlich dort? Wir gehen sonst schon Stunden. Das sind, glaube ich, wo es hier in dieser Scheißstadt keine Kutschen gibt. Naja, aber sind so Straßen? Zählt das denn wirklich als Erde? Das ist nicht aus Stein. Das Trie hier ist Asphalt. Ja, Mann. Das ist Porzellan, das ist Marroa, keine Ahnung. Hast du nicht gesagt, das sind nicht so Skelettinger? Das sind nicht so eine Skelettstraße, das ist ein Scheiß? Ne, das war die Mauer in der Stadt rum. Aber wäre auch geil, oder nicht? Wäre auch teuer. Für Schädeldecke, Mann. Diese Sohnen von Schädeldecken, Junge, auf dem Boden. Ja, wann sind wir dort? Ich habe Bock mehr zu labern hier. Geht überhaupt los? Kommt Barmore überhaupt mit? Okay, wir labern wir die ganze Zeit. Ja, natürlich. Wir gehen jetzt schon die ganze Zeit. Okay. Ihr kommt in die Nähe des Pallet Pinnacle. Und ja, der komplette Stadtblock, in dem sich das Gebäude befindet, ist tatsächlich von bewaffneten Soldaten umgeben, die da mit gezückten Waffen rumstehen. Und ja, jegliche Passanten, die denen irgendwie ein bisschen zu nahe kommen, werden dann auch direkt verscheucht mit irgendwelchen Gesten. Sprich, Theodor hat anscheinend die Wahrheit gesagt, Mann. Und in der Mitte eines recht üppigen Gartens, vor allem für so einen Ort in Geb, steht ein hoher, verwelkt wirkender, knochenweiser Turm. Seine Oberfläche ist mit geschnitzten Bildern von Skelettfiguren bedeckt, die sich an verdorbenen Speisen laben und Fleischbrocken verschlingen. Und ja, guckt euch so ein bisschen um. Die Soldaten, die den Turm halt auch umgeben, ihr habt so direkt das Gefühl, ja, die sind ziemlich low level. Also die werden wahrscheinlich kein Problem für euch darstellen. Aber ihr müsst euch jetzt natürlich überlegen, wie ihr hier vorgehen wollt. Weil ihr seht auf jeden Fall diese zwei berüchtigten Zwillinge, die stehen da anscheinend wache vor dem Turm. Und ja, wie wollt ihr vorgehen? Ja, da hinten ist noch eine Tür. Es ist einfach dort reingehen. Barbara, was? Ja, ich schnapp sie dir. Und ich deute dem Rest der Seil zur anderen Tür zu. Wartet. Worauf denn? Man weiß, der würde anders vorgehen. Ist das sicher. Und was würde dann Meister, der nicht reinlässtern? Er würde im Dunkeln zur anderen Tür dort hinten schleichen und sie dann mit seinen Fähigkeiten aufmachen. Das muss man nicht schaffen. Der Meister ist aber nicht hier. Also was schlagt die Stadt dessen vor? Ich würde doch hinrennen und aufhauen. Ich würde doch hinrennen und aufhauen. Ich würde doch hinrennen und aufhauen. Und ich deute auf seinen Bauch. Ja, oh gut, lass sie doch. Viel Spaß, Barbara. Ja, ihr habt recht. Wir gehen mal zur anderen Tür, wenn sie mit. Ich warte noch, bis sie mit diesen Leuten redet. Du machst trotzdem einen Stress-Check. Gut, damit hat sich das erledigt. Auf den Dächern schreien plötzlich eine Menge Krähen los und alarmieren anscheinend diese Wachen. Und die sehen natürlich direkt, dass du dich da reinschleichen willst. Und gehen wohl davon aus, dass du irgendwas Böses im Schilde führst und greifen dann natürlich an. Die sehen mich zuerst, bevor sie Barbara sehen, obwohl wir sie genau die zwei sehen. Barbara kommt ihnen nahe und dann schreien die Krähen plötzlich. Die werden auf dich aufmerksam. Gehen wohl jetzt auf euch beide, ja. Hoppla. Huch, ich hab Budi in der Orde. Äh, wie kann ich dieses Demoralize irgendwie verwenden? Oder wie funktioniert das? Ja, drückt auf. Und auf welchen? Ähm, der obere, der linke. Der hat Will... Ja, ist ein Success. Und schreie ich den Rechten an. Nee. Ich hab aber noch nur ein Auto gemacht. Ist natürlich perfekt abgesprochen, dass ihr... Ja, okay. Du hast recht, ich werd den Ersten an. Und schreie ich mir den Ersten an. Der ist mit eh nicht viel Unterschied wie du hast. Aber, entschuldige, ich war jetzt kurz nicht da. Also, schleichen wir an der Seite vorbei oder sind die Leute jetzt einfach drauf losgelaufen? Barbara ist einfach drauf losgelaufen. Gubi Noe ist nach links geschlichen mit einer Natural One. Wurde auch entdeckt. Und jetzt geht der Kampf los. Ja, ist egal. HALT! Und rennt natürlich direkt los. Kümmer du dich um die... ...Rothäutige hier. Ich schnapp mir den Geist da oben. Du lasst mich vorbei, ich bin Blutfürstin. Bullshit, eine Blutfürstin würde niemals hier so rumschleichen. Würfel doch mal Society. Okay, warte. Vielleicht kannst du es ja noch retten. Ihr seid gar nicht böse, Mann. Ihr seid eine Stufe höher. Also seid doch nicht so. Na, warte. Okay. Normalerweise wären sie unfriendly, aber... Okay. Ihr seid doch Gubi Noe. Oh mein Gott. Warum schleicht ihr denn hier so rum? Es tut mir leid, aber ich wollte mich von der Muse küssen lassen. So wäre das besser als hier. Hä? Verstehe ich nicht. Ich brauche Inspiration. Verstehe ich nicht. Ich wollte nicht, dass ihr euren Job verliert. Ihr wisst, meine Fans, die magischer meisten, auf die schaue ich. Aber es tut mir leid, ihr habt recht. Ich gehe jetzt fort zurück. Wir können ja noch reden. Ja gut, dann... Ich kümmere mich erstmal um den Eintraining da vorne. Ach so. Ja, okay. Ich warte hier. So, was können die eigentlich? Oh wow, okay. Cool. Stürme natürlich direkt zu Barbara. Kann ich den Attack of Opportunity angegriffen werden? Nein. Und dann macht er den Exemplar of Violence. Schlägt einmal auf dich drauf. Und seine Rüstung leuchtet plötzlich lila auf. Sieht richtig böse aus, man. Oh. Oh, okay. Schlägt dich mit einem riesigen Fliegel. Du kriegst 78 Damage. Du gehst außerdem zu Boden wegen der Critical Specialization. Also prone bist du. Aber die haben doch ein Schwert. Ich zieh's dir einfach mal drauf. Und durch den Effekt von seinem Exemplar of Violence darf sein Verbündeter noch mal striden. Also in der Gruppe kann das ziemlich nervig sein. Oh ja. Hallo. Ich sehe, wie die meine Eigentümer angreifen. Was für Eigentümer. Ja, zu mir. Ja, ich geh nicht zu denen, geil. Bringt euch in Sicherheit, Kobinui. Wir regeln das. Danke. Ich wünsche euch viel Glück. Welche Seite stehen wir hier, Kobinui? Ist das eigentlich eine Wand hier? Oder so ein Zaun? Oder was ist das für eine Linie? Nee, das ist kein Wand. Welche Seite ist das hier? Das ist einfach nur Deku. Weißt du nicht. Okay. Ich wollte die halt nicht unbedingt töten eigentlich, aber anscheinend geht's nicht anders. Wen soll ich angreifen? Wen geht es so aus, weil das verstehe ich nicht ganz. Ihr habt recht. Ich greife einfach alle an. Richtig. Nein. Und der Boden wackelt wieder. Ich kann das machen, also ich... Ich hab Angst. Ja. Ich hab's doch nicht zu stark. Hui. Ich auch. Arschloch. Scheißwächsame. Scheiße. Triffst du nicht einmal alle Gegner, oder? Aber die Verbindeten hauptsächlich. Das ist der kleine Kreis, da vorne. Das ist ein wenig Klettern. Das ist der große Kreis. Das ist... Nee, dann ist der Zechze. Scheiße, die sind groß. Scheiße. Achso, sorry. Was ist denn das? Ja, was war das jetzt? Nee, nee, 55 Damage. Nee, 25. Oh nein, ihr armer... Ihr armer Soldat, ich helfe euch. Fühlt euch von mir... Inspiriert. Ich inspiriere jeden Mann, Junge. Jedem, okay. Auch den, ja. Der andere steht zu weit entfernt, leider. Das ist nur bis... Das ist... Crazy. Ich helfe euch. Keine Sorgen. Geh ich doch so. Ich schmeiß einfach nur einen Feuerball auf den... ...debarm aber auf den linken. Ich muss erst mal attacken, Mann. Hm, hm, Verkehr macht einfach Schaden, Mann. Ich stehe auf. Ich brauche schon die Game. Es kostet einfach nur eine Action und sonst muss ich nichts tun, oder? Das stimmt. Okay. Aber jetzt musst du dich gefasst machen, vielleicht auf einen Angriff. Stehst du auf? Ja, ich bin aufgestanden. Dann machen sie beide eine Attack of Opportunity. Warte mal, stopp bitte. Du bist ja Clumsy 1 auch. Sollst du schon eintragen. Oder Kampflos geht... Ich hab mein Schwert... Ich hab mein Schwert nicht gedraut. Ach so, okay. Das heißt, sie läuft auf Gegner zu, schreit und hat keine Waffe mehr an. Oh, ich hab auch gegessen. Na ja, mein Gegner ist nicht sehr... Also mein Charakter ist nicht sehr intelligent. Sie hat nur die Gegner gesehen. Und sie hat nur überhaupt geile Gegner. Das ist echt interessant. Die fällst wieder hin. Die haben auch Inspire Courage. Ich bin... Ich fall wieder hin. Krass. Du fällst wieder hin, ja. Er hat gegritet nur wegen des Zweck-Vorage. Fühlt euch inspiriert, mein Freund. Danke, Kobino. Ich fühl mich so stark wegen dir. Ich bringe mich dabei in Sicherheit. Drinnen. Ja, du wolltest aufstehen, ja. Jetzt ist so eine Action weg und bist wieder hingefahren. Der andere hat nicht... Eigentlich irgendwas tun, während ich liege. Oder eigentlich eh nicht. Doch, kannst alles am Boden machen. Nur schlecht. Ja, halt minus zwei auf die Attacken, zum Beispiel. Aber das ist ja nicht so hoch. Okay. Ich versuche nicht, den zu graben. Der links von mir ist. Da brauchst du einen Map, um zu machen zu können. Okay. Chest and Strike. Was ist da drin? Make a melee strike while keeping one hand free. Ja, aber es ist ein Press. Dann mach mal eine unarmte Attack. Nein, nein. Sie muss erst normal angreifen oder irgendwas machen, damit sie einen Map hat. Und dann kann sie Kondor flippen. Achso. Ja, ich meine, normalerweise ist es eh ein normaler Kripp. Und dann grabbe ich ihn halt. Nein, das muss normal attacken wahrscheinlich. Und das, wenn das trifft. Wenn das... ...elowig ist. Ja, aber dann macht er nicht Combat Kripp, sondern normalen Kripp. Und sie nicht pressen. Ja, aber das ist ja... ...das ist ja beide. Das ist ein Attack und ein Grab. Also war das jetzt meine zweite Aktion, dass ich den attackt habe und dann damit gegrabt habe? Nein, deine zweite Aktion ist ein Attack. Das ist die Voraussetzung, dass du Combat Kripp mit dem Press Trade machen kannst. Und jetzt könntest du für deine dritte Aktion Combat Kripp machen. Combat Kripp sagt, du machst einen Attack und wenn der trifft, hast du ihn auch noch gegrabt. Also darf ich ihn nochmal haben? Genau, mit Smart Haber, ja. Okay. Hui! Sogar nur. Äh, nee. Das hat jetzt nur getroffen, weil ich schon gegrabt habe. Stimmt. Das ist ein Obdrad, wo der Alarm steht. Das stimmt. Also ist er jetzt gegrabt oder nicht? Nein. Okay. Dann bin ich halt immer noch im Boden. Leute, mir geht's nicht gut. Finde ich irgendwie so komisch. Das kommt gar nicht. Das möchtest du als nächstes spielen. So schnell stirbt mein Charakter nicht. Das stimmt. Und die hat noch. Ja. Und Coffin bauen. Mr. Scape. Der dreht sich aber um. verlässt sich drauf, dass sein Zwillingsbruder dieses Ungetüm erledigt und wehrt sich gegen Alarm. Er kann ja auch. Mache ich das? Warte. Why not? So, er dreht sich zu euch um und benutzt seine Ability. A devastating blast. Das ist nicht einmal Manipulate. Was für ein Kacke. Warum sollst du? Ist das denn Kacke? Was für ein Kacke? Nein. Nein. Arcaean Electricity Evocation. Nein. Wer zaubert sich. Offenbar. Wieso? So. Und alle die hier in diesem Kegel drin sind. machen. Und machen einen Basic Reflex-Safe. Was zur Hölle? Nice. Das ist nicht der Tag, Alarm. Voila. Bei einem Success ist nur die Hälfte. Ja. Richtig. Barbara, schnell. Konvertiere zu Urgator. Dann können wir uns im Hinblick aufbauen. Warum sollte ich den Himmel wieder treffen? Warum sollte ich den Himmel wieder treffen wollen? Warum sollte ich den Himmel wieder treffen wollen? Oder in der Hölle? Ich meine in der Hölle. Da bist du überhaupt. Du musst den Arm drücken machen. Ah, das ist ein guter Einwand. Frech. So, und dann schlägt er einfach nochmal auf alle Hand. Hey. Das geht gerade ab. Das hat er, Mann. Wie ist er jetzt so inspired. Na krass. So, warte. Das erste Mal, dass ich sterbe heute. Das ist ein Crit? Also du bist... Du bist dein 2, oder? Na, erstmal bin ich jetzt... Würde ich zu Null reduziert werden. Ah, ja. Ich habe immer noch 1 HP jetzt. Und mache hier den hier. Ob mir irgendwas abfällt. Ich will nichts ab. Okay. Dann ist der dann. Der schlägt natürlich auf. Barbara. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Okay. Dann macht er den Exemplar auf Violence. Benutzt einen Strike auf Barbara. Schau. Schau bitte. Schau gut. Verfehlt, aber... Am Boden liegen bis Barbara. Dadurch kann der andere jetzt drankommen, weil er ihn sieht. Freu dich nicht so früh, Barbara. Ah, wobei, warte. Ja doch, der war gerade dran, das heißt, er hat seine Reaction wieder. Dann benutzt er natürlich eine Reaction, um zu striken. Okay. Aber ich habe auch Num2Dev und dieses Zeug. Das ist toll, Leon. Das ist toll, du stirbst trotzdem. Okay, wirklich? Ja, Missescape triggert automatisch. Oh, okay. Dass du wirst zu einem Nebel. Ja, toll. Wo ist dein Sarg? Ähm, in Ilith. In so einer Absteige. In einem Raum. Mhm. Nicht in der Gelberei, aber in so einer versifften Bar, in so einem Raum, den man sich mieten kann. Okay. Na gut, also gehe ich vor, damit ich Alaham heilen kann. Noll geht auch vor. Und dann gehe ich hierher, warte mal hierher, warte mal hierher. Und dann heile ich Alaham mit einem Level 7-Harm. Und dann kann er noch einmal herstellen. Und zwar nutzt er dafür seinen Talisman, Gallows Tooth. Der Typ neben Alaham ist für diesen Attack off guard until the end of the current turn. Jetzt schlage ich. Ich aktiviere meine Kinetic Aura. Und werfe... Ah, muss ich es andrücken, um es dann wieder zu deaktivieren. Danach, ups, drückt. Und dann werfe ich einen Elemental Plast auf den ein. Dann benutze ich direkt meine Aura. Oh, warte, ich... Das war schon verdoppelt, ne? Das ist verdoppelt, ja. Dann benutze ich direkt meine Aura. Und mache einen Lava-Lieb. Warte mal da. Mach ja, mach ja. Ja, aber ich komme nicht weit genug, momentan, Leute. Mit dessen mache ich halt einen... Was ist denn? Ah ja. Eine Blazing Wave. Er mit seiner 30-Foot-Cone kann ich auch. Die trifft die nicht, Alter, oder? Was? Trifft die nicht, Alter, oder? Das geht alles. Ich kann sie nicht treffen. Trifft die nicht? Ist nicht drin, Alter. Ist nicht drin, Alter. Ist jetzt so. In meinem Coffin. Sie ist auch zu weit weg. Aber halt unconscious. Du bist nicht direkt in deinem Coffin. So funktioniert das nicht, Alter. Leichter langsam. Okay. Steht ja dabei. Du bewegst dich mit ganz normalen Schritten. Also ganz normaler Schrittgeschwindigkeit in Richtung deines Sarges. Sogar mit 10 Fuß. Vielleicht könnt ihr meine Wolke einfangen. Du hast aber nur eine Stunde Zeit. Genau. Wenn du eine Stunde nicht schaffst, dann... 10 Fuß hast du aber auch nur, glaube ich, geäußert. Also die beiden alle haben und der Gravenight. Ja, okay. Aber in der Zeit bin ich nur unconscious in der Stunde. Doch, ich bin tot. Der Gravenight muss auch ein machen. Damit erlischt meine Aura wieder. Und das war's. und der guckere jäh. Fest fest. Ist fest. Ja, ich sehe, dass Allehammer am sterben ist. Und teile ihn. Der eine brutzelt mich, die anderen heilen mich wieder, dann werde ich wieder gebrutzelt. Geile Folter. Ich spinne dran. Dann caste ich noch ein Schild. Ich hau. Aufgehen wir so viel hin. Was ist denn dran? Gobi Neu oder? Muss ja. 10 foot Burst oder 30 foot. Stirb Barbara. Mach ich die Tür auf. Das haben wir hier eigentlich auch schon gefragt. Muss das jetzt wirklich krasen oder was ist das? Jetzt bin ich doch gar nicht egal. Gut, ich wach das nicht. So. Siehst du da eigentlich 2 oder nicht? Das ist gar nichts. Sie ist bewusstlos nur. Sie schwebt da eigentlich weg. Sie schwebt da eigentlich weg. Ja was ist, wenn ich jetzt ihre Leiche nochmal treffe? Kann man sie jetzt überhaupt heilen? Ist das eigentlich... Sie kriegt keinen Damage mehr. Sie kriegt keinen Damage mehr jetzt oder was? Ja. So steht das beim Mistfone. Machen die einen Rückblick safe. Hier. Ja. Hast du dich bei Netflix angemeldet oder? Nö. Durch der E-Mail. Es kam halt trotzdem die E-Mail. Es kam halt trotzdem die E-Mail. Es kam halt nicht später. Dass du dich irgendwo angemeldet bist. Ah ja ok. Ja in Deutschland. Das war der E-Mail. Alles gut. Nein, der E-Mail geht es. Nein, der E-Mail. Die Mäste jetzt schon. Die ist jetzt schon. Sie weiß noch nicht. Die hört nur in seiner Stimme mann, wie ich ihn zus nosso- eh äh in seinem Kopf seit trabalhar. Ich singe. I'm so sorry. So sorry. Dann bin ich dran, bam, was? Das ist echt mein Tag. In meine Stance. Komm, steh auf. Komm, steh auf. Greif dich einfach so an. Triff dich denn einer? Und damit auch nicht. Schau, umgekehrte Psychologie. Steh ruhig auf. Und damit auch nicht. Nein, tut er nicht. So, Barbara, du bist Nebel. Das schiebt. Alles. Verlegst dich jetzt wohl weg. Pallus und Nebel ist eh in Ilid, oder? Ja. Ja. Naja, was wollen wir sagen? Während diesem Kampf, glaube ich, schaffe ich es nicht zu meinem Coffin, aber innerhalb meiner Stimme, glaube ich schon, dass sie es schaffen würde. Bestimmt. Das ist irgendwie so trickst du deinen Sarg. Ich nehme das immer mit. Wenn der zerstört wird dann. Ist doch egal. Das wäre ja total unfaktisch. Wenn du weiter als eine Stunde entfernt bist, dann ist das doch besser als sterben. Warum ist dein Sarg nicht deine Waffe? Ebel. Zum Beispiel. Dann hol ich dich einfach mal, ich stell dich einfach mal da unten hin. Symbolisch dafür, dass du wegschwebst. Wieso baust du dir nicht einen Sarg vor, und du bekämpfst? Barbara denkt halt nicht so weit. Überall Särge einfach aufbauen, ganz bestimmt. Das sind meine Spawn-Punkte. Aber man ist ja zu einem Grund, dann bindet sie sich neu halt drauf. Vielleicht was, wenn ich von meinem Sarg, den in lauter Teile teile und in andere Särgereien baue. Dann sei kaputt. Das ist dann so mein Sarg-Netzwerk. Der steht auf. Was ist, wenn sie aber einen Splitter in sich reinsteckt? Ist sie dann immer im Sarg drinnen, oder ist der Sarg in ihr drinnen? Eilt seinem Bruder direkt zur Hilfe, Mann. Das ist mein Bruder in Ruhe. Du hast kreikt mich sofort an. Das erwarten wir sich mal wieder. Lass das mal ein bisschen. Alles gut, genau. Und was ist? Nichts, es geht um den unteren. Ohne Barbaras Damage, man dauert das ewig. Was macht die Barbara? Das nächste Mal muss man die Waffe raus holen. Das nächste Mal muss man die Waffe raus holen. Dann zervt den obere. dann sammle ich wieder meine kinesische energie und diesmal schieß ich nicht sondern aktivieren auch meine meine nimbus für meine preaktion wenn ich denn das ist eine menschen und dann würde mal 30 fuß 30 fuß dann ja meine hände wieder nach vorne und ein feuerkegel kommt aus meinen händen und hat der eine schon tot ist egal und schießt auf die beiden aller harm ist schwer verletzt ach so ja dann machen wir ein au e würde das dein herr gut heißen ja das heißt alarm fällt auch auf den boden weil es ein kritiker fehl war das wird jetzt rechts mal langsamer jetzt machen wir einfach alle wieder au ees mann jetzt sagen wir so einen whirlwind strike machst du machst dann einfach auch gegen deine homies jeder für sich geht's ja mir tut es leid dass alle haben die ganze zeit verblüht ja 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 ich bin schon noch steak ja 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 dann ich will du ja 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 ne Näää. Was sagst du sowas? Die Meta-Magic gibt's ja auch sogar. Jaaa. Was ist dieser Arschloch, man? Dann fickt euch. Du seid halt nicht inspiriert, man. Dann mach ich... Ich hab auch kacke, man. Ich kacke weiß, man. Detekt-Magic. Nope. Und dann Spire-Defense, 60 Schuss. Ur-Punk und Triss. Wenn ich prone bin, kann ich nicht flanken, oder? Gar nicht. Dann krieche ich da hin. Und dann schlage ich dem zweimal auf die Füße. Bam bam. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Melee-Strike, aber war noch 25. Ja? Ja, dem und zweit war nicht mehr im Visier scheinbar. Okay. Warum auch immer, ja. Was ist Impactful ohne nochmal? Dann, dass ich ihn wegschaue. Devastating Blast. Das war's. Nur beim Crit, oder? Ja. Warum bist du zu mir gekommen, Vis? Das war's. Ja. In Spire-Defense, okay. Plus 1. Grün leuchtet man. 10 Stunden. 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 10 Stunden utpliden. 10 Stunden. 10 Stunden. M μέjer nicht reden, muss verdient naivetslisten. 9 Stunden. 11 Stunden. 11 Stunden. 6 Stunden. 4 Stunden. 10 Stunden. 11 Stunden. 5 Stunden. 11 Stunden. 36 Stunden. Dasенить rufeingere Libertans. 45 Stunden. 43 Stunden. ganz schnell drehe ich mich zur seite leon so, Stunnerd mit der Faust drauf und mit der nächsten Action knockdown ich ihn und mit der letzten Action Töne ihn vielleicht nicht wir können ihn ausschwitschen jetzt lag ich mit dem Flügel nochmal drauf warte jetzt auf deine Attack Trip schon kurz nein das heißt ich hab nur Map-5 ich schieße noch mit der Faust ooooooh ich schläge mit der Faust auf den Boden aktiviere meine Aura und als Free-Action laste ich diesmal verfehle und dann richte ich meine Hände wieder nach vorne schon direkt bereit schon direkt bereit Abstand ach jetzt halt auf es gibt Nu du die skate Der explodiert förmlich! Jonas? Barbara wabert schon relativ weit entfernt hier rum. Was? Nein. Das sind vielleicht 18 Sekunden vergangen oder so. Barbara wabert schon an mir. Ich renne den da her. Hey, woher gehst du? Ich kann nichts sagen. Ich bin nur eine Beutel. Ich flieg zu dir hin. Ich hol so nen Beutel raus, man. Und saug dich in den Beutel rein. Wie so ein Staubsauger. Richtig. Wow. Müsst du ihre Leiche hier noch liegen, oder nicht? Was? Nein. Das ihr ganze Körper ist so. Sie hat das Feed und das Feed aktiviert sich automatisch und sie ist jetzt Nebel und fliegt zum Sarg. Braucht das jemand? Wenn nicht dann... Du kannst das nicht aufheben. Versammt. Ah, sie kann sich sogar aussuchen. Free Action. Das ist keine... Ja klar. Ihr könnt mal einen Religionscheck machen. Oder an Detloh. Wiederwertig. Sehen wir was wiederwertig ist. Wiederwertig! Scorby Noe, du weißt... ...dass Grabritter diese Ability haben. Weiß jemand wo ein Vulkan ist? Du hast mich gerufen. Ihr seid ein Vulkan. Ich mache einen Lava-Lieb auf die Rüstung. Wartet bis ich wegstehe. Also... Ich meine, du bist ja ein heißer Typ, aber... Du bist kein Vulkan, es tut mir leid. Das stimmt, aber... Ich kann Feuer erschaffen. Und Erde erschaffen. Kann ich... Aber kein Vulkan. Und Erde erschaffen. Oder Lava oder so. Kann keiner disintegrieren. Aber kein Vulkan. Also eigentlich brauchst du... Haben jetzt beide jetzt diese Rüstung, ne? Oder nur einer dieser Typen Rüstung? Ja, also Grabritter... ...sind quasi diese Rüstung. Mehr oder weniger. Sie brauchen zweimal disintegriert. Könnt ihr in die... Plane of Fire reisen? Oh Gott. Nein. Ja, dann... ...sollten wir schneller sein als in 10 Tage. Ein die 10 Tage. Bis zu 10. Kann auch schon morgen sein. Hm... Könnten sie ja irgendwo einbuddeln. Ich erschaffe ein Gefängnis aus Stein für sie. Zum Beispiel. Aha. Aber wenn die wieder kommen... ...werden die dann größer... ...wieder zu einer Person sozusagen. Jetzt sind sie in der Rüstung, oder nicht? Ja... Naja... Der... Der... Die Rüstung... ...regeneriert quasi den Körper. Sehr gut. Die sehen dann wieder genauso aus. Wenn du wirklich dann die Rüstung irgendwo einsperrst, Mann... ...ganz klein... ...und dann... ...können sie nicht rauswachsen, ne? Leben gelöst. Bin mir sicher, dafür gibt's ne Regel irgendwo, ja. Nein. Ich hab das Game gefickt. Durch Null geteilt. Ist halt wirklich so. Ja, mir egal. Und Barbara ja... Sorry, was... ...keine Ahnung. Ja, was ist mit Barbara jetzt? Was soll man da machen? Irgendein Scheiß... Was wurde sich denn dabei gedacht bei dem Feed? Ich weiß es halt nicht. Musst es ja nicht aktivieren. Okay. Du kannst es ja auch erst aktivieren, wenn du wirklich kurz vorm Tod bist. Das hat halt der... Wahrscheinlich... Naja, sonst kann ich auch das Num2Death nehmen. Dass ich halt... ...nur Dieing5 war. Keine Ahnung, wieviel Runden das jetzt dann her ist. Und dann habe ich noch... ...dieses andere. Dass ich nicht so leicht sterben kann. Also nein, das Diehard war das. Können sie so machen, dass wenn sie jetzt geheilt wird, dass sie dann aus dieser Form rauskommt. Das nächste Mal... ...müsst sie halt dann die Stunde... ...herum geistern. Ja, triggert das jetzt automatisch oder nicht? Das ist eine Free Action. Also wahrscheinlich... Wie sieht es aus. Okay. Ja, okay. Ich hätte auch das andere nehmen können. Dann hätte ich halt Hit Points zu meinem Level bekommen. Also 15. Aber das habe ich halt jetzt nicht gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ich habe das halt auch falsch gelesen. Das ist natürlich nicht so ein... Deswegen die ganzen Vampire, die das hatten, waren im Dungeon, wo ihr Grab fünf Meter entfernt stand, ne? Genau, ja. Ja. Also ich bin... ...richtung... ...mein Coffin geflogen. Aber ich bin nur Anker am Schluss mit einer Wolke. Ich schätze, wenn du mich heilst, dann werde ich wieder... ...in Ordnung sein. Wenn du das willst. Sonst bliege ich einfach weiter zu meinem Coffin. Dann müssen wir dir zu deinem Coffin folgen. Ja, dann bin ich halt wieder Corporeal, aber immer noch Unconscious. Und dann könnt ihr... ...weiß ich nicht... ...machen, was ihr wollt. Ich meine, ihr habt gesehen, wie viel Damage Barbara macht. Ich glaube, ihr wollt sie schon immer noch in eurer Gruppe haben. Das wäre unsere Chance, sie zu töten. Ja, das war doch der Plan, dass sie ablenkt. Aber anscheinend nicht mal das hat sie geschafft. Ja komm da, dann sagen wir einfach, du hast nicht das Mist-Ding gemacht... ...und liegst da halt. Naja, na gut dann... Und dann heilen sie dich, nehme ich an. Dann erramme ich uns allen, ihr seid wieder alle Leute, was macht ihr? Ich war doch schon bei der Tür, ihr kämpft hier. Lasst sie doch sterben. Dann halt nicht. Würdest du eine von deinen Tänzerinnen sterben lassen? Ich finde sie schlecht tanzt, ja. Das dachte ich mir. Aber sie tanzt gut, du hast recht. Lebe! Äh... Lebe nicht! Äh... Ich kenn mich nicht mehr. Gibt mir das Unleben. Eins, zwei, drei, vier. Eher auf mich, oder? Okay. Ey, ich würd sagen, fürs nächste Mal überleg dir mal ganz genau, wo dein Sarg steht. Also ich find das mit der Ability, ich find das cool. Aber wenn wir das wirklich spielen wollen, dann müssen wir das halt auch wirklich so irgendwie festlegen oder so, weil... Ja, ja, klar. Also... Ja, ich überleg mal was. Ansonsten bin ich nämlich auch komplett verwirrt, was ich da machen soll. Okay, also... Ich wach wieder auf. Oh mein Gott, was war das? Ich hab verloren. Ihr hattet nicht mal eure Waffe in der Hand. Zum dritten Mal heute. Wie kann man so dumm sein? Wirklich, wie kann man so dumm sein? Wirklich, wie kann man so dumm sein, ganz ehrlich. Nein, das funktioniert nicht. Habt ihr vielleicht... Ach, ich muss ins Gym ein paar Protein-Shakes trinken. Nein, ihr müsst in die... In die Schule? Ach, das ist zu spät für mich. Ich bin... Die Wahrheit ist, ich bin leider zu dumm für die Schule. Jedes Mal, wo ein Wesley rülpst, stell ich mir so Simpsons-mäßig Kubinoy vor. Wie... Kennt ihr das, wenn bei Simpsons jemand rülpst und der Mund vibriert und so? Oh je je. Das macht sie. Leben macht so Wellen. Was habt ihr euch vorgestellt? Genau so ist es. Brauchen wir das nächste Mal die Waffe zücken und ich weiß nicht. Zumindest einmal raufschlagen. Das wäre ja peinlich. Ja, gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Darauf hätte ich kommen müssen. Ach, oh mein Gott. Das ist so... Auch mal wieder. So viel Zeit, man. Und jetzt kann uns da hier... Sehen uns die Leute irgendwie? Sehen wir, dass wir hier über einem Blutlackhäst sitzen und Leute abgeschlachtet haben? Also es darf ja... Von den Passanten darf ja keiner überhaupt in die Nähe des Gebäudes. Das heißt, ihr seid hier schon einigermaßen abgeschottet. Aber ja, das Problem ist halt eher, ihr könnt euch jetzt auch nicht ewig hochheilen, weil die Zeit drängt halt, weil der Typ quasi unterwegs ist. Gut, Leute. Ihr müsst jetzt quasi direkt weiter. Also 10 Minuten erlaube ich. Also eine Runde heilen ist okay, aber... Gut, das war ja... Ihr müsst dann direkt weiter. Wir wissen, wie schnell er kommt. Können wir auch stundenlang hier rummeiern und sitzen unter dieser Altar. Dann kommt er, ja. Ja, aber das ist ein bisschen schneller, wäre doch besser. Hier. Trink das. Meine Tänzerin. Und das Anabolika? Die nehme ich sofort. Das sind die krassesten aller Blöger, die jemals... Was? Das ist hier muskelbepackter Körper voll eingeölt und glitzert. Geil. So entstanden... So entstanden die Glitzerscheißdinger bei Twilight. Warte. Oil of Unlife. Warte. Ja, dann glänze ich und ich glitzer nicht. Das ist ein feiner Unterschied. Ja. One willing living creature. Aber im Link steht, dass er auf Untote geht. Und an der Buh hat er fast schon. Ist das auf mich jetzt? Ja. Okay. Wunderbar. Gib mir alle Anabolika first. Wunderbar. Ich mach auch einen Tanz für dich. Als Aus... Dank. Das gefällt mir so sehr, dass ich dich überschütte. Leon geht zur Tür und macht Attack Mage. Freuden überschütten. Keine Magie. Ja. Er scheuert sich die Tür trotzdem näher an, ob da Fein rauskommt. Ich will doch deine Energie nicht an dir. Die geht doch eh gleich hier zu Boden. Das ist schon mehrmals. Das ist lustig. Sieht wie eine normale Tür aus. Und hier rum. Nein. Das ist wirklich peinlich. Nein. Jetzt bereue ich es, dass ich dich geheilt habe. Wahnsinn. den Scheißgipter gesehen habe. Eins, zwei, eins. Karnatsch. Hey. Was sollte das? Anabolika wolltest du. Ja. Ach so. Dann ist es in Ordnung. Du kannst es nochmal tun. Barbara. Dort drin waren starke Feinde. Geh rein und kämpfe gegen sie. Das nächste Mal glaub dir ein paar Anabolika selber. Mach ich. Hab dir das gehört? Barbara. Trainer hat jemand eine Herausforderung ausgesprochen. Wofür? Auf geht's. Wofür ist der Perception Check? Hm? Leon? Entschuldige was? Wofür ist der Perception Check? Wollte ich schauen ob irgendwelche Sa- Wartet. Die Tür verdächtiger ausschaut weil ich habe sehr viel Angst. Achso. Ne ne ne. Normale Tür. Wartet. Detekt Magic Leon. Keine Magie. Wohin? Wohin? Bei der Tür. Da können sie auch noch anders hin. Nein. Es ist um uns rum. Weiß ich. Geht immer nicht. Also. Ich sehe hier keine Gegner. Hab ich gelogen? Du siehst nur einen runden Raum vor dir. Alles in so einem strengen Elfenbeinton gehalten. Mehrere große Tische stehen irgendwie so wahllos in der Gegend rum. Und äh. Ja. Die sind aber alle lustigerweise ziemlich krass mit Blut befleckt. Und schlieren aus getrocknetem Schmutz und Blut. Durchziehen auch den Fliesenboden. Ähm. Und ihr riecht. Ja. Den Geruch von Verwesung. Ja. Und läuft zum ersten. Eine Urgatua-Party gewesen zu sein. Dame oder was das ist. Sie. Wie ist das? Kann ich den Tisch untersuchen oder so? Mhm. Jetzt wollt ihr und sein. Klar. Also. Wenn du das machen willst. Ja. Ja. Okay. Dann schau ich mir diesen mittleren Tisch an. Ja. Ist ein Tisch. Sieht aus als könnte man daran irgendwie speisen oder so. Keine Ahnung. Und. Ist halt wie gesagt krass mit Blut befleckt und so. Aber sonst ist da nichts besonderes. Und der andere? Genau das gleiche. Der Ober. Okay. Wartet. Ist äh. Was denn? Macht doch eure Augen auf. Schaut auf den Boden. Zeh dir nicht. Fußabdrücke. Ach voll. Oh mein Gott. Rubinola. War das ihr? Ist das eure Fußabdrücke? Nein. So kleine Fußabdrücke habe ich nicht. Ich habe Riesenfüße. Ja. Aber kein Riesenhirn. Da ist ein Fußabdrücke. Auf. Naja. Ein Riesenhirn hat sich schon. Es ist nur nicht sehr ähm. Effektiv. Es ist nur kein riesiges Hirn. Also ich glaube hier könnte sich ein Gegner bergen. Aber. Auf der anderen Seite ist noch eine Tür. Die in den selben Raum führt. Wie es ausschaut. Da oben ist auch noch eine Tür im Norden. Die Frau. Es ist ein anderer Raum hier. Hm. Wieso? Da könnte doch eine Wand dazwischen sein. Das stimmt. Das werden wir hier fahren. Also er öffnet jetzt die Türe. Biked. Hört ihr das nicht? Ich höre nicht. Ich höre nicht. Die Steine. Sie fangen wieder an zu sprechen. Hm? Eine Stunde geht. Das ist krass. Ich kann mir früher nicht so machen. Nimm ihn mit. Hey Stein. Ja? Was befindet sich hinter dir? Stein. Was ist hier passiert im Raum? Hm. Da fressen die immer. Wer? Die. Wer war hier zuletzt? Die Leute hier, die immer hier sind. Ich zerstöre den Stein. Was soll das? Lass uns jetzt einfach irgendwo durchgehen. Vor er stresst hätte die ganze Zeit. Jetzt sei er dir rum und reden mit Scheinen. Also hier ist ein Gegner. Was ich schon noch tun soll? Detekt Magic. Ich spüre keine Magie. Was ist los Barbara? Ich dachte ihr wollt fighten. Zweimal doch nicht. Barbara, hinter dieser Tür war jemand der euch herausgefordert hat. Hinter welcher? Die hier? Ich mach die Tür auf. Nein, ich trete sie auf mit meinem Fuß. Sehr gut. Äh, das ist Raum. Ja, okay. Wie riesig alles ist. Mhm. So Barbara, du trittst da rein. So, du siehst eine... Ja, du siehst auf jeden Fall, dass der Raum riesig groß ist. Alles kreisförmig. Ähm, die Decke des Raumes ist mit einem detaillierten Wandgemälde bedeckt, äh, auf dem so eine Frau abgebildet ist, deren Körper vom Rumpf bis zu den Füßen skelettiert ist. Ihr kennt sie ja alle schon. Sie hält eine Sense in den Händen, die sie drohend erhebt, als wolle sie die Menschen im Raum unter ihr niederschlagen. Um die Figur herum kniet eine Schar von Lebenden und Untoten, die ihre Köpfe zum Gebet gesenkt haben. Und, äh, natürlich siehst du auch, dass da vorne, so Richtung Norden, ein Altar steht, auf dem etwas angerichtet zu sein scheint. Und du siehst auch zwei, ja, sehr wahrscheinlich untote Kreaturen, die dich sofort bemerken und, äh, natürlich, ähm, direkt auf dich drauf stürmen. Dann rollen wir Initiative. Okay. 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 Ich sehe noch nichts, aber ich höre was. Du siehst anhand der Gestik von Barbara, da sind sehr wahrscheinlich, was sie Gegner nennt. Dann aktiviere ich natürlich, oder stärke meine Aura. Und dann, damit geht es. Ten. Ich gehe, ne, jetzt bin ich auch nicht. Ja, gut. Dann burning jette ich mal nach vorne. Ja, ich gehe nach vorne, ne. Warte. Jetpack. Ja. Jetpack ich nach vorne, zack. Ach so, boba fett, also. Kombi neu. Ja. 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 Ich glaube, ich hätte die Idee. So, dann ist der, ran, schreit direkt nach vorne zu euch. Verlass diesen Ort. Okay. Okay. Daran läuft natürlich meine Aura und du weißt, was passiert. Fängt an zu kokeln. Wer ist das Tron? Das ging jetzt nicht gemacht, nur gerandert, was? Mhm. Was, wie sehen die denn aus? Was haben die denn in der Hand? Ah, okay. Voll hübsch. Dann ist er voll dumm, dass er noch hinschränkt. Das ist eine Achsel. Das stimmt aber eigentlich. Ja, ich mach einen Bonecheaker-Spell auf den Stufe 2. Das stimmt. Das stimmt. Jetzt ist er wieder gut. Das stimmt. Das stimmt. Das sind so Kierenbänke da, was da vor mir steht, oder? Kann ich einfach drüberlaufen? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich würde ja jetzt nicht. Dann wie ein Zug. Dann läufst du durch ein Feld in seiner Range. Triggers eine Attack of Opportunity. Das hat er 3-2-3. Ja passt. Allahm, du hast echt verlegen wie die Ashton. Und du stehst neben Ugo und ich weiß nicht, ob das das ist. Ich block das für euch. Deswegen stehe ich hier und nicht direkt vor dir. Also wenn tanken bedeutet, viel Damage zu kassieren, dann bist du ein guter Tank. Ja, und noch stehen. Leere Tanks zu fressen. Ja, du bist jetzt da. Ja, dann. Oh, der hat keine Angst am Tod. So, dann ist der da oben dran. Das ist auch schon egal, irgendwie. Ja, das ist auch schon egal, irgendwie. So, zurück. Ja, ich weiß nicht. Wie weit kann er? Wie weit kann er? Kriegt er direkt Damage, wenn er in die Aura geht? Das ist auch schon egal, wenn er in die Aura geht, dann sind jedes Mal, wenn er zugesagt. Ja, Naow. Ja, ne. Ja. Wie weit ist er? Fehlt. Ich schieb mich jetzt rein, wenn der Pferde schießt. Vagatora, gib mir Kraft. Gubinui. Verletzt, verletzt. Ich will die nicht backkriegen. Geh nach vorne, dann caste ich. Ja, 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 ja. Bist. Sechs Kreaturen. Allaha. Bogon. Ich. Papada. Noel. West. Zwei. Vier. Sechs. Wurde es besser auf Leon. Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Der Summoner gibt ja die... ...Actions. Weiß nicht. Kann der Eidolon dadurch irgendeine eigene? Meine eigene Action kriegen. Nee. Würde ich nicht sagen. Aber er sieht mich ja nicht, deswegen kann ich sie nicht kriegen. Aber jetzt theoretisch, wenn Barbara groß wäre, was sie nicht ist, doch... Ich komm eher in den einen ran. Ich mach mich groß und dann hab ich... Äh... Fünf... Weil jetzt hast du... Wenn du jetzt heißt reinziehst, hast du jetzt vier Actions, ne? Jetzt könntest du reinrennen und dann in dreier Dings... Boah, ich mach jetzt urviel. Okay, also... Aber es gibt Platz, um groß zu sein. Sicher, oder? Egal. Ich bin so wütend wegen vorher. Ich gehe direkt in Rage. Dann... Äh... Verwende ich meinen Mighty Rage, um für eine Gratis-Aktion riesig zu werden. Betreib nicht. Groß bist du. Groß... Größer als du. Nein. Ja, groß. Dann... Das ist jetzt eigentlich meine zweite Aktion. Renne ich zu dem hin. Und jetzt hab ich noch zwei Actions, oder? Ja. Läufst du dahin? Da, wo ich jetzt stehe. Okay, dann läufst du durch ein Feld, was in seiner Range ist. Das heißt, er darf dich angreifen. Könntest nämlich theoretisch auch. Achso. Dann seh ich dir dann. Der fehlt dich aber. Ne, jetzt ist mein Lack zu Ende. Ich bin so richtig, aber das richte mich trotzdem nicht. Ach, Loser. Plus 30 halt. Und jetzt... Schlag ich zweimal mit meinem großen Schwert auf ihn. Einmal voll an ihm. Du hast nur meinen Actions. Und zum zweiten Mal... Was hast du bisher kriegen? Mein Actions. Treff ihn auch. Du triffst ja. Auf, voll drauf. Barbara! Boah! Oh, das war mein Turn. Einen Pokémon. Das macht halt jeder Barbar. Das hat er Apu auch gemacht. Tegi. Den kennt Barbara natürlich. Das war ihre Inspiration. Leon sieht natürlich nichts, deswegen geht er erstmal vor. Oh, genau. Sooo. Dann sieht er jetzt was. Sooo. Dann sieht er jetzt was. Und zwar wird der Speed von Noel erhöht. Beim Casten nimmt er die Tandem Action um vorwärts zu laufen. Dann ist 45 Speed. Läufst du durch und durch oder? Wie läufst du? Ja. So rechts an ihm vorbei. Du darfst schlagen. Hat der schon Reaktion? Alle haben? Nee. Das war bevor. Das ist doch die erste Mal. Pff. Hä? Wir hatten aber doch schon. Wenn nicht. Das ist die erste Mal. Ich bin der letzte Mal. Ich bin der letzte Mal. Dann immer mal eins. Ja. Ich bin hier fertig. Ogyn. Wie sehr soll ich euch abfragen, Barbara und alle? Egal. Ich schicke mich zu Katrin. Wir machen mal. Wir fangen mal an. Ein Feuervogel fliegt durch beide. Ein Fincher durch. Bitte. Wir machen noch mal ein bisschen. Ich mache mal einen. Nein. Ah. Okay. Dann mach ich mal einen Step. Ist ja ganz gefährlich. Achso, ich bin Quicken da, sorry. Dann greife ich vorher noch mal mit meinem Links in, mit meiner Peitsche aus Feuer. Ich muss da immer so viel anklicken, Befehle und dann gehe ich. Dann steppt er hier hin? Er benutzt Silver Spell auf aller Hang. Trifft und er macht jetzt einen Counter-Act gegen das Haste auf dir. Alter. Das ist aber glaube ich nicht genug, oder? Oder was ist denn Spell-Level? Sieben. Was für ein Level hat der? Wie wird das berechnet? Der ist das, was für ein Level hat der. Dann... 15? Dann ist die Hälfte 7,5, aufgrund 8. Und bei Counter-Act bei Fail wird gecountert, wenn... Dann ist dein Haste weg. Verdammt! Das ist ja nötig. Ich wusste ja Cast aus DC, also vielleicht Spell-DC oder was? Ja. Das ist ja nötig. Und nur beim Crit-Fail wird es nicht gecountert. Wenn das Low-Level hat, dann ja. Und noch nötig. Hallah, was ist denn heute los? Gute Frage. Wes, du bist runter. Hast du ihm 7 Feuer-Damage gegeben? Äh, nee. Du bist ja lade. Wenn ich dich jetzt heile, bist du dann immer noch bewusstlos? Nein, nein. Dann... Dann tue ich das mal. Und heile dich. Dankeschön. Du bist triggert eine Reaction von mir. Und ich bekomme keinen Wounded. Dann benutze ich noch mein Schild und bewege mich dahin. Ich kann meine Runde leider nicht mehr enden. Weil ich das schon gemacht habe für dich. Oh, danke. Ja gut, aus ihrer Range kann ich nicht raus. Dann das logischste Ziel wäre halt Alarm in dem Fall. Ja, weil er mitten der Beine ist und am ehesten verletzt aussieht und am Boden liegt. So. 49 damage. 50 damage. 50 damage. 50 damage. 50 damage. 50 damage. Trifft. Du kriegst 31 Damage. Ja, warum steht der jetzt 23? Ja, du Resistence hast, wenn du raged. Ah, voll. Okay, nice. Und du verlierst dein Quicken. Oh. Musst aber erstmal wirfen, vielleicht hast du dein Quitfake. Ach stimmt. Okay. Nee, hab ich nicht. Ja, eine Action hat er noch. Hm. Dann probiert er nochmal auf Allohan. Verfehlt. Wubi Noe. Ich zieh mal zu mir. Erlaubst du das Allohan? Ich liege am Boden und ich spüre Gubinoes Hand. Natürlich lasse ich es zu. Dann kommt ein Battleman Center. Moment, aber wenn das Forced Movement ist, triggert das dann auch Attack of Opportunity? Nee. Nee. Baba, 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 Barbara. Gut, also als erstes mache ich einen Barbara Strike. Oh shit. Auf den der gleich bei mir steht. Okay, okay. Dann nehme ich mein Schwert in einer Hand und versuche ihn zu grabben. Und dafür muss ich nochmal auf ihn schlagen. Aber mit MAP, oder? Ja. Okay, es hat nicht funktioniert. Schade. Ich bin einfach zu clumsy heute. Das ist eine Action. Äh, ich habe mein Schwert in einer Hand genommen und ich bin nicht mehr hastend. Also es waren schon drei Actions. Ich koste aber keine Action. Und zwei auf eins kostet keine Action. Nee. Also aus der Lasten kostet keine Action. Ah, okay. Stimmt. Ah ja, stimmt. Da oben steht sie ja. Free Action, ja. Ach so. Okay. Dann versuche ich es nochmal. Combat. Ups. Äh, Combat grabbes ich nochmal. Ah, das ist dann aber nett noch. Dann ist mit minus 10, ja. Egal, ich versuche es einfach. Uh. Okay, hat nichts gebracht. Also bei mir will jetzt auch die ganze Zeit das Ziel wechseln. Keine Ahnung, was da schief geht. Wie auch immer. Oh, läuft da zur Seite. Eigentlich kann er hier stehen bleiben. Wird geboostet. Schlägt mit der Faust im Lauf. Ja, dann schlägt er mit dem Flügel. Laufen. Los. Schlag, Schlag. Super. Holger. modern. Ich mache einen Step hier hin und dann fange ich plötzlich an zu loadern. Ich brauche keine Handfree für diese Action und versuche ihn damit zu disarmen. Ups, er drückt, sorry. Okay, du kannst den Effekt reinziehen und er bekommt diesen Feuerschaden. Und dann... Ich trippe ihn mal. Er fällt auf die Schnauze. Eine Quickhand Action habe ich noch. Damit heitsche ich ihn aus. Ups, war Map. Habe ich nicht drückt, genau. Ähm, hier ist es. Nein, nicht die Lege. Dann kriegt er Feuerschaden. Das Arm ist einfach nur Penalty, ne? Genau. Minus 2, okay. Soll ich schon das Neue das Arm oder das Alt? Ne, das ist das Alt. Leider. Dann würde ich sagen... Steht er auf. Hast du Attack of Opportunity? Ne, ne? So ist er nicht. Und dann macht er einen Silver Spell auf dich. Treffer und du entfernst bitte deinen Quickhand. Und dann verfehlt er dich. Was ist wieder drin? Ich schaue in den Geist vor Barbara und mache ihm Angst vor Barbara's riesigen Schwert. Er benutzt seine Reaction. Defensive Dispel. Und probiert dein Spell zu counteracten. Uh. Funktioniert. Ah ja, ist ja nur Spellable 4, ja. Dann passiert nichts. Dein Spell verpufft. Wo sind das Wichser, Alter? Das ist gemein. Ja. Was mache ich jetzt? Das müssen unsere Nahkämpfer regeln, du. Minidamage. Kann ich etwas über den Schrein von Ogaltor heraus? Mit meiner Reaction. Mit Überzeugung. Oder bringt das nichts? Was willst du machen? Ja, diesen Raum hier analysieren, diesen Spell und alles was das hier soll. Ja, klar. Kann nicht viel theoretisch. Kannst du machen. Das hier ist ein, äh, ja, ein Heiligtum. Also hier werden halt Messen abgehalten, zugunsten von Ogaltor. Und, äh, ja, dementsprechend legt hier auch mal Blut rum. Das ist wohl völlig normal hier. Oder wolltest du irgendwas bestimmteres wissen? Ja, warum die hier sind? Vielleicht sind das irgendwelche Diener oder so von da was erkennt? Was? Die gehören hier hin? Okay. Achso, wolltest du wissen, also wolltest du was über die Kreaturen da wissen? Oder? Ja, also ob das irgendwelche Diener von Ogaltor sind oder so. Achso, weil du gemeint hast, den Schrein analysieren. Ja, irgendwas mussten wir hier machen für Ogaltor. Ich dachte vielleicht ist das irgendwie zu erkennen. Nee, also... Vielleicht sind die hier auf... Vielleicht sollen die hier sein, um das zu bewachen? So. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, dass du direkt erkennst, oh ja, das ist das Vieh, das gehört hier definitiv hin oder so. Okay. So. Hm. Der steppt mal hier zur Seite. Lass es doch mal. Immer außer wenn du willst. Krittet dann Barbaro. Ich glaub sie war auf Karate. Ich trage sie. Ist sowas schlecht gerollt bei dem Krittel. Ist ihm 7 Damage gegeben? Ja. Du bist sehr gut bei dem normalen Hit. Und nicht so gut bei dem Hit. Ja. Du bist andersrum gewesen in der Situation. Gubi 0. 1, 10, 10, 7, oder? Von Hardcore. Das ist ein normaler Success. Das ist ein Success, ja. Das ist 2 E. Und dann... Boah, jetzt ist sie auch fast tot halt. Puh, 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 puh. Allahamisch, weißt nicht, oder? Doch es geht. Ich heil auch beide drauf geschissen. So, okay. Zuerst heil ich Allaham. Stürmisch nach vorne. Dasselbe Nadel. Und noch dein Blut dran klebt. Zu. Barbara. Hier. Aber. Und das andere Bullica. Hast du bei Allaham nicht eben schon Battlesing gemacht? Schmerzt dich, Junge, Mann. Der hat es ja eingetragen. Der hat es ja eingetragen. Der hat es ja eingetragen. Ich hab's ja eingetragen, ja. Achso. Du nicht, Junge. Schraube. Gut, dann renn ich 2 und heil sie. Weischt. Das ist ja nicht. Ich habe es noch eine Eck schon gegeben. Ich kann es nicht mehr loszalten. Ich habe es noch einen Eckluss. Ich hab ja Reach 5, heißt das, ich kann ihn jetzt trotzdem treffen ohne dass ich hinrenne, schon oder? Er ist 10 Fuß von dir weg, also ja. Aber ich hab 5 Reach. Ja 5 hast du normal auch und jetzt hast du noch blöd. 5 ist dein Standard und Reach gibt ja nochmal 5 dazu, nehm ich an, dass das so meintest. Dann versuch ich ihn mal wieder zu Combat grabben. Kannst du nur machen, wenn du schon so angreifst. Okay, erstmal greife ich ihn einmal normal an. Okay, gut. Dann jetzt mit Map, das ist dann für den Combat Grab. Du kannst den Combat Grab nicht machen, wenn du verfehlst. Oh ja. Da steht, if the strike hits, you grab the target. Ja, aber der erste Strike ist ja nur dazu da, dass das Press Trade funktioniert, dass sie mal Map hat. Ob sie trifft oder nicht, ist für den allerersten Grab ihn dann nicht. Wie schlecht ist das geschrieben, Alter? Ich hab das Spiel eigentlich, dass ich den Reach hab, weil ich misse ja die ganze Zeit. Ja, da steht ja, wer du verfehlst, weil du halt so wenig gewürfelt hast. Das hat nix mit Abstand zu tun. Ja, keine Ahnung, dann hau ich halt nochmal drauf. Keine Ahnung. Ja, aber... Naja, aber... Trifft ne 39 nicht. Du musst hier reinziehen beim Plus 2, was ich dir gegeben hab, ne? Stimmt, nicht, ob du das triffst oder was, oder? Ah, 39 triffst du. Ja, der erste Trifft. Der erste hätte schon gekauft, oder? Der ist doch nicht. Der hat aber nix für Combat Grab. Welches soll ich mir reinziehen? Äh, Inspire Courage, oder? Okay, das ist gleich nicht gekommen. Das ist drei, aber... Naja. Sorry. Das heißt, der ist von Inspire Courage, musst du reinziehen. Siehst du jetzt rein und dann roll den Schaden. Ja, naja, gut. Kann man nicht einfach Plus 2 rechnen. Welche hab ich hier schon dreimal gegeben? Haben wir doch schon. Ja, aber es macht kaum keinen Schaden. Deswegen sagen wir ja, wie du triffst. Ja, aber nur einmal. Ja, aber es wird auf ihm scheinbar. Ja, aber wenn er jetzt stirbt, zum Beispiel... Ja, mit der Einladensattacke ist sicher nicht... Das ist egal, eh, aber... Mach Schaden. Du kriegst auf mehr Schaden und Plus 2 Schaden, exakt. Ist eh. Ja, und die anderen zwei haben halt verfehlt. Ja. Okay. Bis leider. Ja. Und jetzt, weil er so viel Speed hat. Und ich sag, fick dich mit deiner Reach und Attack of Opportunity. Läuft da oben rum. So. Und schlägt jetzt drauf zu. Wo ist der denn am Prozess? Krass, Mann. So ein Stratege. Krass, das ist der Nahkämpfer der Welt. Mach Leon, musst du nicht noch reingeschoben werden, bitte. Willst du mich verbobscheln? So. Moven, Boost, Attack. Dann habe ich jetzt noch eine Action. Und so mit dem Flügel. Der Jan. Vielen, vielen Dank für den Resub. Und, und, und. Seid. Boah, was? Krogers? Die Stimme hat mich ge... Die Stimme klang gerade so nicht nach, äh, nicht nach, äh, nicht automatisiert. Ja. Grenad hat hin. Er hat keine Reaction, weil er vorher den Zauber geblockt hat. Für Urgathor. Urgathor, Urgathor hat dich verlassen. Alle haben, es ist vorbei. Seitdem Katrin nicht mehr da ist, ist auch der Segen von Urgathor weg. Der gärtliche Segen ist weg, ja. Auf geht's, Agun. Ach, jetzt bist du da da hinten. Guck mal. All deine Feinde sind auf der linken Seite. Das muss da irgendwie nicht sein. Perfekt gesplittet. Es kann noch... Es kannst du dir echt nicht erzählen. Es ist... Es ist... Es ist unmöglich, ne? Es ist halt echt unmöglich. Es ist halt echt unmöglich. Ich seh im Argo-Winkel, was Urgun vorhat und nick ihn einfach nur zu. Warte. Es ist gar nicht da. Okay, es geht nicht. Ich will nicht einen Step machen. Warte mal, was will ich einen Step zurück machen? Ja! Es ist ja sogar noch in meinem Feld. Damit bin ich einverstanden. Ah, du hast recht. Dann ist es so, wie es gerade aussieht. Okay. Wie verbiegt er sich das oder so? Kommt er aus meinem Arsch oder so. Ja. Oh, das Pups. Das war Blazing Wake natürlich. Das kannst du doch niemandem erzählen. Ja gut, aber der, der low ist, hat gefehlt. Und er verbrennt. Ach, der hat gefehlt, oder? Der hatte einen Crit-Success. Wenn du jetzt im Chat drüber hoverst, wird der Verletzte gemacht. Ja, hast recht. Oh, stimmt. Ich gucke halt immer von links aus. Aber ja, stimmt. Damit verschwindet meine Aura. Damit aktiviere ich meine Aura wieder. Ja, also ich habe Fehler. Ja, gerne Schaden. Ja. Ja, ist ja eh besser für mich, wenn der andere nicht stirbt. Na ja, eigentlich schon Arbeit und Elemental Plast machen. Und das mache ich natürlich auch. Ne, mache ich nicht. Weil dann müsste ich eine Range Attack machen. Und der hat eine Attack of Opportunity. Also schlage ich ganz normal nachdem der Nebene steht. Aber deswegen mache ich auch nicht gerne diese Multi-Rolls, weil ich nie weiß, welcher Fail das für wen war. Dann kriegt der erstmal wieder 7 Schaden, wenn der dran ist. 14. Ja, ja, klar. Aber das macht er ja automatisch nicht da halt, oder? Bei dem. Ne, bei dem halt nicht. Bei allem anderen ja, bei dem nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Doch, ich weiß warum. Weil du es halt proste da ist. Steht halt nicht Feuer als Damage-Tab. Ja, stimmt. Das hatten wir letztens schon. Ah ja. Das wollte ich erinnern. Stimmt. Gut. Weiß ich Bescheid. So. Hm. Tja, tja, tja. Die ganzen Leute, die hinten stehen, die wirken auf ihn halt nicht so richtig gefährlich. Also, weiter auf oben. Fehlt. Treffer. Und steppt er noch hier. Was? Ja, bevor Allah hat wegstirbt, dann drück ich ihn weg. Geht mir so viel weh, Mann. Geht mir so viel weh, Mann. Geht mir das, was? Je. Alle haben schon aus ihren Schatten. So verkoke diese Schatten. Weil, er wird die ganze Zeit wieder kaputt gehauen, verbrannt, wird wieder geheilt und dann wird er wieder verbrannt. Ich kriege die Damage. Steppt aus der Aura raus. Und dann greift er Barbara an. Stirb Barbara. Man, nicht schon wieder. Oh, das war knapp. Gubi, ne? Ich stehe da vorne. Haha, das ist meine Chance. Und er stirbt. Ich bin der beste Mann. Jawohl. Okay, jetzt müsst ihr eigentlich gehen. So geht das hier Versager. Einmal striken oder striden kannst du noch? Ne, ich bin schon gestreitet Mann. Also könnte ich irgendwas machen. Und ich mach auch irgendwas, wenn ich mache. Ja, aber... Wie, aber was? Ich kann laufen, wenn man nicht will mit der Action. Muss nicht der Ende sein. Ist das so? Ist das nicht mehr die letzte? Ne, das ist nicht die letzte. Stimmt. Oh, und dann caste ich halt. Zwerg, herritsch. Ganz normal. Den ich vorher machen sollen, bevor ich angreife. So nicht optimiert, Mann. Ich wollte dir nur zeigen, wie es geht, weißt. Ich mein, der lebt da 10 Jahre lang. 10 HP. Schwach sind die, weißt. Barbara. Hoffen wir mal, hoffen wir mal, dass das reicht. Also ich gehe hier rüber. Moment, eins zurück. Ah nein, doch nicht, doch nicht. Sonst sterbe ich doch, oder? Das ist halt in der 10-Fuß-Range. Aber ja, gut möglich, dass du stirbst. 10-Fuß, ja, okay. Du hast 10-Fuß-Range-Angriff, er hat 10-Fuß-Range-Angriff. Das heißt, wenn du dich genau hier hinstellst, dann hat er keine Apteck-Aportunity. Das ist nur, wenn du einen Schritt dann weitermachst, 5-Fuß in Range kommst. Ach so, also, let's go. Wenn du ein Square in seiner Reichweite verlässt, dann stehst du dich da hin. Also, wo muss ich mich denn stellen? Hier. Und dann kann ich ihn angreifen, aber er kann mich nicht angreifen. Ja. Auch, aber er hat keine Apteck-Aportunity jetzt. Okay, passt dann. So. Dann mache ich mir einen Barbara-Strike. Ich versuche nur noch einen Barbara-Strike. Warte, natürlich nur 38. Wieso, ich habe ihn doch getroffen, oder? Ja, wir wissen nicht warum, aber es tut, nachdem er einmal getroffen hat, irgendwie den Gegner abwählen. Jetzt kann man ihn umstellen. Ach so. Hm. Ich habe eh schon Damage gemacht. Hast du es jetzt, oder? Ja, ich habe es schon gemacht. Okay. Aber er ist nicht gestorben? Nein. Ach, scheiße. Wer trifft die 38, war ja die Frage. Wahrscheinlich. Vielleicht wenn du mit 2... Die 38 hat getroffen, doch. Ach so. Ach, ich habe es mit einer Hand gehalten. Ne, egal. Leon, vernichte ihn. Du kennst diese eine Handkacke jetzt. Ja, das stimmt so. Ja, läuft dann heran. Boostet. Und schlägt mit der Faust. Boah, ey. Ja, 3 hast du vorhin, jetzt hast du eine 4. Der letzte Versuch mit dem Vögel. Werde 5? Okay. Soll nicht sein. Allaham. Auf D7 vielleicht. Zeit für den Allaham-Strike. So. Werne hierhin. Städte hierhin. Nein, so Allaham. Und jetzt. Ja, nein, 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 nein. Ezer, ich heiße nicht, er ist los. Urgun. Urgun bitte, ich sterbe sonst. Schon wieder. Ach, das ist Stagas hier, Junge. Urgun, er hat uns verlassen. So ist das also. Sterbst also, wenn ich nichts mache. Bring's jung. Na gut, dann fliegt ein Vogel auf ihn. Ein Feuervogel kommt aus meinem Mund und schießt auf diesen komischen. Und damit stirbt er. In der Tat. Und der Vogel dreht um und fliegt auf Allaham. Nein. Nein? Nein. Was ist los, Urgun? Du schwächelst. Du kannst ja nicht zu offensichtlich machen. Wieso nicht? Wollt ihr den Raum noch angucken? Weil danach würde ich auf jeden Fall dann passieren. Natürlich. Ja. Oh, Urgator. Was für ein schönes Kapellchen ihr habt. Perception der Religion. Und wo sind wir? Da. Ja, also natürlich ist das Interessanteste. Da vorne dieser Schreinaltar. Ihr seht einen geschwungenen Steinaltar, der auf einem Podest steht. Dessen ehemals weiße Marmor Oberfläche rostrot gefärbt ist. Auf dem Altar, der auf einem rot-grünen Tuch liegt, befinden sich verschiedene religiöse Gegenstände. Und zwar gibt es da einen großen Foliant, mehrere Kerzen, eine Miniatur-Sense und ein Medaillon in Form eines Totenschädels mit Fängen. Hinter dem Altar befinden sich hohe zerfledderte Banner, auf denen eine Fliege abgebildet ist, die sorgfältig mit Goldfäden bestickt ist. So. Und die, die sich dieses Medaillon angucken, können mir einen Religions- oder einen Urgator-Lore-Check machen. Und Arkena und Okkultismus würde auch gehen. Wes hat so keine Ahnung von Urgator. Das ist krass. Du bist doch legendärer in Okkultismus jetzt, dass wir fünf sind. Ich... Tatsächlich rafft es nur Leon. Ich bin nicht so. Und zwar, Leon, du guckst dir das so ein bisschen an und du weißt, du bist jetzt sicher, dass dieses Medaillon Auslöser für einen großen magischen Effekt ist. Aber dieser Effekt ist definitiv irgendwie an dieses Heiligtum hier gebunden. Also, wenn man den irgendwie nach draußen nimmt, kann man auf jeden Fall nichts damit anfangen. Du weißt außerdem, dass das Medaillon eine... Ja, das stellt Mother Moor dar. Das ist ein Herald von Urgator. Und dieses Wesen wird sehr oft von Urgator-Anbietern quasi angefleht, um... Um Schutz zu beten, quasi. Die ist also damit klar, ne? Hier so Sherlock-Bones-mäßig. Dass man irgendwie... Ja... Quasi hier so eine Art... Defense... Ja, so ein Verteidigungsmechanismus mehr oder weniger als Ritual ausführen kann. Ok, das erkläre ich den Leuten. Ist das genau hier an dem Altar, weiß ich das, oder weiter drinnen? Oder rauf. Wie viel hattest du bei Rally? 37. Ja, du verstehst auch, was man machen muss. Also, es ist relativ simpel, wie man das macht. Man muss eigentlich nur einen Finger in das Medaillon stecken. Ein bisschen drehen und dadurch wird der Finger quasi aufgeschnitten. Also, ein bisschen Blut läuft raus. Und ja, dann muss man quasi zu Urgator ein Gebet sprechen, ein kurzes. Oder zu Mother Moor direkt. Ähm... Und um Schutz beten. Es geht so, Allaham. Sage... Wenn du noch wahrlich an Urgator glaubst, stecke deinen Finger rein. Dann drehe ich das Ganze. Der blutet. Bete zu Urgator oder Mother Moor. Bete um Schutz. Urgator und Mother Moor. Möget ihr meinen Fliegel leiten. Mein Schild stark machen. Ja, und kurze Zeit später erst hast du so ein Gefühl so von wegen, ach, ist mein Glaube überhaupt noch stark genug? Werden die wirklich auf mich hören? Aber dann spürst du plötzlich ein Gribbeln an dieser Stelle, wo dein Finger aufgeschnitten wurde und der ganze untere Bereich dieses Turmes fängt plötzlich an so ein bisschen... Ja, nicht zu beben, aber ihr habt das Gefühl, dass sich irgendwas so ein bisschen bewegt und es ist so ein leichtes Summen irgendwie so in der Luft quasi zu hören. Ich summe zurück. Das ist, das ist Katrin. Sie ist bei uns. Ja, also was auch immer das war, ihr habt es wohl aktiviert. Bevor wir weitergehen, lasst mich schnell diesen Typen hier looten. Gut, und damit habt ihr jetzt die erste Ebene dieses Dungeons fast abgeschlossen, würde ich sagen. Einen Raum fehlt ja noch. Aber jo, dann würde ich jetzt hier mal pausieren. Ist ja spät genug. Bedanke mich wie immer für die geile Session. Ich hoffe, es war belustigend. Und jo, nächste Woche? Irgendjemand was vor? Äh, ich kann glaube ich nicht. Oh. Leider. Oh. Da muss ich Alarm nochmal von den Kämpfen erholen. Er hat heute ein bisschen zu viel eingesteckt. Ich muss hier beten. Oder Sorge, da muss dein Glauben nochmal so ein bisschen stärken. So viele Spellschlots auf jeden Fall braucht man, ne? Ja, es ist krass, ne? Also, da hat man relativ am Anfang schon viel rausgehauen, hier. Vor allem wenn er auch von seinen Gefährten die ganze Zeit geburzelt wird, dann ist das so anstrengend jetzt. Naja. Warum halten dann genug Spellschlots hier? Weil er mein Gefährte ist. So, wir haben noch diesen Aeon-Stone. Ich sag, was ist denn Arcaner? Was muss man da können? Kann ich nicht. So, muss man. Jo, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Du meinst, wir read Aura, ja. Aber der Counter-Act nicht, genau. Ich weiß nicht. Fuck, Meli. Man kann auch das read Aura machen. Ich hab schon so einen Stein, man. Okay, ich meine, Okkult und Primer haben die alle. Also kann eh jeder. Ja. Ja, ich meine. Zur Not mitnehmen und verkaufen, würd ich sagen, oder? Ich hab schon die Spellmanchick. Das soll vielleicht jemand nehmen. Waze hat fast gar kein Item. Aber er hat schon ein Necklace. Was ist das? Barbara hat auch fast keine Items dabei. Ich glaub, sie wird so ein Ding auch nicht benutzen. Ich glaub auch nicht, dass ihr Barbara jetzt schon irgendwas geben würdet. Wieso? Ja, sie wird sich vielleicht einfach was nehmen. Es ist Barbara. Ja, sie denkt nicht nach, sie tut einfach. Ja, da meint ein paar solche Leute. In diesem Gehirn ist nicht viel los. Eine leichte Drogensucht ist aber auch zu erkennen. Bei Barbara? Ja, sie versucht dauernd... Anabolika und so, ne? Aber sie kann das nicht immer erkennen, ob es auch wirklich welche sind, deswegen... Deswegen fragt sie immer. Ja, aber nicht jeder sagt die Wahrheit, leider. Aber du hast doch Resistenz gegen Gifte. Vielleicht macht dir das gar nicht so viel. Naja, das ist sicher aufgebaut mit der Zeit wegen den ganzen Drogen. Okidoki. Ok, dann mach ich mal Stream aus, liebe Zuschauer. Gut, dann fall ich mal ins Bett. Danke. Danke, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gute Nacht. Ähm, ja, ich glaub ich geh dann auch... Ich pass zwar gerade auf die Kinder von einer Freundin auf, aber... Ich muss ganz kurz zu meinem kranken, armen Freund gehen und uns um die Hunde kümmern. Also dann, gute Nacht und bis zum nächsten Woche. Tschüss. Ciao.